Ja, mach irgendjemand anders, ich will nicht Q'n. Ja. Ah! Okay, nimm das nicht, Angorg. Maxi macht das. Das besser. Die Verantwortung muss jemand anders haben. Ja, moin Finjo, was geht ob? Ja, wir zocken ein bisschen Hand. Vielleicht spielen wir auch noch was anderes, keine Ahnung. Ich hatte mich mit Gorg einfach drauf geeinigt, dass wir heute ballern wollen. Wir schauen einfach mal. Weiterhin schön amtliche Stresstests machen. Oh, ich hab mir schon ganz clever alles vorbereitet hier. Oha. Das ist ein absolutes Hype-Game. Kam instant ein Server. Nice. Jetzt ist Mainstream geworden. Oh. 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 Vielen Dank. Mal gucken, ob die Tastenbelegung jetzt einigermaßen passt hier, Alter. Mal gucken, ob die Tastenbelegung jetzt einigermaßen passt. Mal gucken, ob die Tastenbelegung jetzt einigermaßen passt. Mal gucken, ob die Tastenbelegung jetzt einigermaßen passt. Das ist ganz furchtbar. Vor allen Dingen das Schlimme ist, diese ganzen User-Ordner, die sind so vollgeballert mit Scheiße. Vor allem, da sind da teilweise noch irgendwie Blue-Player drin oder sowas. Ja, alles. Also es ist wirklich übertrieben. Und auch total versteckt, manche Sachen. Ich habe die irgendwann mal aufgeräumt mit so einem File-Size-Tool. Ja, ja. Ich fange immer damit an, so durchzusortieren. Und dann höre ich irgendwann auf und mache es nicht weiter. Ich habe mir jetzt auch gleich ein komplett neues Profil gemacht. Einfach wirklich nur Games und ein so normales Arbeits- und Surf-Profil und fertig. Besser ist. Ja, das habe ich eh. Ja, ich hatte das vorher auch, aber irgendwie war es dann auch wieder so lazy. Und manche Sachen hat man dann doch wieder da installiert und so. Und diesmal lieber nicht. Einfach lassen, wie es ist. Also das war halt alles nicht so richtig schön sauber, vernünftig durchgezogen. So halbherzig. Das muss ich auch mal machen. Ich überlege halt auch immer noch, ob ich die Plattform jetzt wechsle oder nicht. Oder ob ich einfach CPU wechsle und Mainboard. Ich will auf jeden Fall dieses scheiß Asrock-Board nicht mehr haben. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ja, ja, ja. Ich verstehe das voll und ganz. Ich habe ja auf dem Streaming-PC gewechselt, das Mainboard. Und seitdem ist es einfach ein Computer. Es ist einfach ein PC geworden. Ich habe halt alles da jetzt für ein Intel-System. Bis auf Mainboard und Kühler. Ja. Das muss ich jetzt noch holen. Ah, wobei ein Case fehlt auch noch. Könnte natürlich ein altes nehmen. So, also. Ein paar Sachen fehlen noch. Beförderungen sind immer gut. Glückwunschverstand. Ähm. Erstmal Grombiert. Danke für den Sub. Zwölf Monate. Und Frittenstreuch. Danke für sieben Monate. Okay, ich habe mir gerade eine Taste. Das ist nicht so, wie ich sie hatte. Oder ich hole mir halt eine X3D-CPU. Das ist ja der günstigste Weg. Da muss ich trotzdem noch den Support wieder neu rein. Ja. In jedem Fall fehlt mir für beide Systeme ein Board. Ich habe noch nie so ein Luxusproblem gehabt. Nee. Das muss man noch weiß. Und wieder ein Messer wegflüben. Woa. Hier auch wieder keine Milli-Waffen rumliegen. Nee. Mhm. Die haben das reduziert. Haben sie wirklich? Ja. Für das Event, glaube ich, ne? Oder die Season hier. Ja, allgemein, glaube ich. Okay. Weil ich dachte, irgendwie auch gehört zu haben, dass die auch den Schaden an Bossen mit Milli-Waffen verringert haben. Ja, das haben die auch gemacht. Ja. Wegen Berserker halt auch. Mhm. Naja. Ich muss einfach ein Kompeten. Weswegen? Den Berserker-Park. Den Berserker-Park. Achso. Der verdoppelt ja Milli-Schaden. Ja, aber grundsätzlich finde ich das gut, wenn sie dann sagen, wir nehmen die Waffen aus komplett raus. Und man muss die mitbringen. Weil da muss man die halt mitnehmen. Ja. Und dann ergibt das wieder Sinn. Ja. Wie schafft ihr das immer meine Messer zu klauen? Das ist frech. Ja. 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 Eyo, Falki, moin. Türproblem, danke für 28 Monate. Ich muss mal schärfentiefer ausbauen, das sieht ja grauenhaft aus. Ich weiß gar nicht, warum ich das angelassen habe. Fein. Alles weiß. Jetzt heißt es spannend warten. No. Falki wieder nur am Hepen. Boah, Alter, die Kommentare unter dem DLSS-Video sind echt Premium. Was? Geld. Ein Säckchen. Ja. 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 Okay. Ok, ganz was anders. Warum schießen wir denn da? Weil es Handshodern ist. Der hat wieder irgendeiner Raben getriggert und dann sind alle umgedreht und zu den Raben gelaufen. Spieler! Genau und der Rest ist... Oh, die haben die Bounty. Dann müssen wir wohl raus. Das ist so weird. Aber ich hatte in letzter Zeit schon auch echt ein paar ganz geile Runden wieder. Das kommt halt echt immer aufs MMR an wahrscheinlich. Ja, wobei die Frage ist, was gut ist. Höheres oder niedrigeres. Weil irgendwie ist es auch da gemischt. Ja, das stimmt. Bei den niedrigen weißt du halt nie, was du kriegst. Manche sind da so komisch und andere spielen halt einfach mal vernünftig und kämpfen. Und im High Elo siehst du die Leute kaum. Ja, weil sie da halt auch nie Objective spielen. Ja und wenn, dann nur mit Igel falle und Ekel. Oder so, ja. Wie sieht's aus? Er hätte es gedacht, hier ist niemand. Ja, dann raus und neu rein. Ja, das ist schon neu. Als Basis für einen guten Hunter ist das ja jetzt echt schlecht. Komische sprechende Salami. Ja, wie ich das mit dem wieder aufkratzen finde, weiß ich auch noch nicht. Also mittlerweile ist eigentlich egal, ob du jemanden abfackelst oder nicht. So ein bisschen, ne? Ist auch eigentlich schade. Du kannst die Leute gar nicht mehr hier aus der Reserve locken. Weil die im Zweifel den irgendwie immer trotzdem nochmal wieder aufgekratzt kriegen. Mhm. Also nur wieder noch passiver irgendwie alles möglich. Ja, ich fände, ich fände glaube ich besser, wenn man statt diesem Dauerressen dann vielleicht doch eine Neuholmechanik oder so einbauen würde. Dass man zu irgendeiner Kutsche gehen muss, um einen neuen Hunter da irgendwie reinzuholen oder irgendwie sowas. Ja, oder irgendwas, was wieder mal irgendwie einen Alarm triggert, dass die Teams, die noch da sind, wissen, okay, da passiert was. Dass man so ein kleines Side-Vents hat, wo nochmal ein Kampf passiert oder so. Aber dieses einfach so pauschal unendlich Ressen ist halt wirklich saudumm. Ja, genau wie mit den Solos. Wenn die auf ihr MMR scheißen, stehen die den ganzen Tag irgendwie wieder auf. Also es ist halt wirklich einfach nur nervig. Ja, das geht wirklich gar nicht. Das ist halt kompletter Quatsch. Ja, so einen Pokertisch würde ich geil finden in dem Spiel. Wenn man den Boss gelegt hat, kann man sich dann mit seinen Dudes da ein bisschen hinsetzen, eine Runde pokern in der Zeit oder ein bisschen knobeln, bis der Boss mal gebannisht ist. Da war mal einer schnell dabei. Nei, Alter. Oder hast du einfach einen anderen Hunter genommen jetzt? Nö. Der ist schon fast fertig gewesen. Oh. Was wollte ich denn? Ach, ja, genau. Nei, war da mal. Mal das mal anders. Ach, jetzt habe ich noch Fanning drin. Das hätte ich mal verkaufen können. Ach, man hat das mal gesehen, wenn einer rausgequittet ist. Das wäre natürlich auch eine Option. Ne, CrossFit Revive ist vollkommen in Ordnung. Weiß ich nicht. Ich finde es unnötig. Also klar, grundsätzlich ist es keine schlechte Mechanik, aber viele Leute, du weißt halt nicht, ist es ein Solo, sind es mehrere, die stehen halt den ganzen Tag irgendwie sofort wieder auf. Also, sobald du sie gekillt hast, um den nächsten zu holen oder zu suchen, stehen die einfach direkt wieder auf und scheißen einfach auf alles. Gibt's so, Leute. Ich weiß nicht, das ist halt, also, wenn einem das MMA egal ist, ist es halt null Punishing für die Runde. Wenn du rumtrollen willst. Ich glaube, das könnte man auch irgendwie besser machen. Ich finde das irgendwie, weiß ich nicht, unnötig. Wenn man selbst Solo spielt, liest man andere Solos. Ja, das mag ja sein, aber... Weiß ich nicht, ob man das immer so sagen kann oder nicht. Na, wenn der, wenn der sich, äh, in den Fight einmischt, weißt du doch nicht, ob der zu dem Team gehört oder nicht. Also, wenn der mit pusht oder... Wir haben das alles schon gehabt. Und dann weißt du nicht, wer der Solo ist, der gleich auf einmal von alleine wieder aufsteht. Du denkst, du hast zwei erwischt, du hast aber eigentlich nur einen erwischt und einen Solo. Und der steht dann plötzlich wieder auf, ohne dass du's merkst. Ja, acht Sekunden. Was sind denn acht Sekunden? Acht Sekunden sind doch nix, wenn du in Fight bist. Weißt du doch, was ich meine. Ich mein, letzten Endes, ihr spielt wahrscheinlich mehr als ich. Und vielleicht seh ich da auch was falsch. Aber ich find's halt albern, dass man immer wieder aufstehen kann. Also, ohne wirklich echtes Punishment. Hat der Solo dann aber alles richtig gemacht? Einfach Revive zu drücken auf gut Glück? Weiß ich nicht, ob man das als alles richtig machen betiteln sollte. Ich find nicht. Weil derjenige, der im Team spielt, muss tausendmal mehr Sachen beachten, als der Solo da einfach wieder aufsteht. Was gibt's da richtig zu machen? Sich in einen Fight einzumischen, wo drei Parteien gegeneinander kämpfen und dann als Solo immer wieder aufzustehen, find ich jetzt nicht grad ein spannendes, spannenden Loop irgendwie. Weiß ich nicht. Ich feier das einfach nicht. Ich finde, wenn man Solo spielt, ist das völlig fein. Aber dann sollte man nicht irgendwie so einen Freifahrtsschein haben, einfach immer wieder aufzustehen. Weiß ich nicht. Ich find das unnötig. Muss halt mehr aufpassen, wenn man Solo spielt. Aber, ich muss sagen, das Game läuft jetzt viel besser als vorher. Gefühlt zumindest. Aber gut, weiß der Geier, was da auch schon wieder mit den Treibern und so war. Oder ich bilde mir das ein. Könnte ja auch sein. Das ist ein Placebo-Effekt von dem frisch installierten Rechner. Jaja, man will ja nicht, dass es umsonst war. Ja. Sind schon sauer dahergekommen. Ich glaub, da oben ist die Kasse drin, oder? Irgendwas ist da irgendwo. Nee, nevermind ist so eine throwable Box. Oh, hier gibt's Spritzen. Das ist auch nice. Einmal alle drei Boots für fünf Minuten. Naja, so oder so kann man sagen, sie haben versucht, das Spiel immer attraktiver für Leute zu machen, die auch mal einen Fehler machen. Und das ist grundsätzlich ja schon verständlich. Aber ich finde, das hat das Spiel hat ausgemacht, dass das so... Ja, das war so besonders. Und es wird immer mehr so ein... Weiß ich nicht. Ich muss mich nicht mehr so viel anstrengen geben. Aua. Ich fand Hand früher besser einfach. Also es macht immer noch Spaß, aber ich fand's früher deutlich besser. Ich fand's einfach mal so... Geh! Oh, hallo Crane, das war ich. Oh, Digga, ich flipp gleich aus mit der alten. Einfach links und rechts das Messer vorbeigeschmissen. Oh, Digga. Das ist schon wieder alles so silent hier. Geh noch mal kurz zum Wagen. Jo. Achso, das sind jetzt auch Waggons. Ja, dem, wo sie stehen. Urschwur. Ach, jetzt habe ich ja nur meine Messer zurückgekriegt. Hehehe. You rusty moin. Ich finde, das hatte gar nichts mit EFT zu tun, das Game. EFT hat ja vollautomatische Waffen, Rüstung und was weiß ich nicht alles. Hier ging es immer viel mehr um Skill als in EFT. EFT ist viel gearbasierter. In Hand war es früher so, dass du mit jeder Waffe als besserer Spieler eigentlich immer gewonnen hast. Ein Headshot war immer eine gezielte Sache, so gut wie nie random und wer die Nerven hatte, hat den Fight gewonnen. Und das ist halt mittlerweile nicht mehr so. Fängt auch nirgends jemand offensiv ab. Was ist denn in der Nase, Alter? Irgendwas ist da kaputt gegangen. Gestern oder so. Ich weiß noch nicht von wo. Hinter uns. Natürlich. Wo? Welche Seite? Oh Gott. Ähm. Da drüben. Irgendwo. Sicher? Ja. Hier rennt einer. Boah, Giftmonie ist so ekehaft. Das war auch gar nicht ekelhaft hier. Aber ... Oder? Inhouse! Natürlich. Warten die das? Ne. Das machen wir noch vier Minuten, ne? Da. Hat Hit. Ist hinter dem Stein hier. Sehen leider nicht. Hit. Oh, great. Ups. Einer ist noch da drüber gewesen. Hm. Da oben irgendwo. Ah, ist hier nicht, glaub ich. Ist dort. Waren das nur die beiden? Bei mir noch. Ja. Aua. Was war das schon wieder drin? Absolutes Dully Match. Naja. Das ist wirklich Horror. Hm. Hm. Ah, natürlich. Sniper, deswegen hat der so rumgesneakt. Ja, klar. Spangen. Und die anderen denken sich, nein, da sind Leute schnell raus. Bloß keinen Kontakt haben in der Runde. Bloß keinen Kontakt haben in der Runde. Nein, dann ist das keine perfekte PvE-Runde. Hunt ist ein PvE-Game, sind wir ehrlich. Also wenn Environment auch Fallen sind. Dann ist Hunt auf jeden Fall ein PvE-Game. Okay. Ja, das sind die anderen Dullis da. Das ist genau die Ecke hier gewesen, wo die oben da den Ausgang vermint hatten. Da lagen irgendwie fünf, sechs Fallen mitten auf dem Markt. Das ist mir echt ein Rätsel, wie man so eppig drauf sein kann, in dem PvP-Spiel, PvP aus dem Weg zu gehen. Ja. Hm. Das klang jetzt auf jeden Fall auch nicht so, als hätten die vorher 40 Fights gehabt und wären irgendwie angekratzt gewesen. Nein, da war gar nichts die ganze Zeit. Alle schleichen nur irgendwo rum. Und dann haben wir genau in der falschen Ecke einen Fight angefangen, dass sie durchräumen. Wobei ich sagen muss, den Bounty-Nehmern würde ich da nicht mal irgendwie einen Vorwurf machen. Die haben wahrscheinlich einfach nur gedacht, okay, das sind alles so Bückspechter, die sich nicht trauen anzugreifen. Ja. Wahrscheinlich war Richtung Ausgang nichts abgedeckt und dann sind sie einfach raus. Ja. Das kann man schon machen. Dann mache ich eher dem Team, was wir gerade getötet haben, einen Vorwurf. Ja, das haben die da gemacht. Irgendwo rumrennen. Die Pose war halt wirklich ganz weird. Ja. Die haben, glaube ich, wirklich nur darauf gewartet, dass Leute wie wir dort langlaufen. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Bounty ist scheißegal. Halbe Stunde und bisher, ja, das, ja, ist auch etwas, ist auch eine Art zu spielen. Gork ist ein PvE-Shamer, aber voll. Wenn ein PvE spielen wir, kann man Helldivers spielen, Junge. Genau. Eh besser. Ja. 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 Schönen Trade hingelegt, Alter. Ja. 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 vertical Um. Ja. 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 Okay, cool. Manche Perks haben noch so einen extra Perk jetzt mit der Spezialisierung. Das ist fett. Zum Beispiel kann man mit Beast Face, wenn man dann den passenden Pack dazu hat, einfach durchraben, durchrennen. Ja, hier wird alles geschämt. Aber das liegt daran, dass auch nur Müll rauskommt. Muss man auch einfach mal sagen können. Wenn ich schon wieder sehe, Alter, ich habe gestern noch Dragon's Dogma 2 gestreamt und habe dann nach dem Stream mir eine Mod installiert für Frame Generation und ja, es sieht zum Kotzen aus, aber es läuft halt einfach auf einmal zehnmal flüssiger. Also irgendeine Kackmod kam, keine Ahnung, keine 24 Stunden nachdem das Spiel raus war und hat einfach die Performance gefixt. Das ist einfach so absurd, Alter. Irgendein Fanboy hat irgendeine Mod gemacht und es läuft auf einmal einfach in den Städten alles flüssig. Das war ja bei Jedi Survivor auch notwendig. Ja. Das habe ich übrigens jetzt vor zwei Wochen oder so endlich durchgespielt. Haben sie da irgendwas dran gemacht, dass man das besser spielen kann oder ist das einfach einfach? Jaja, es läuft jetzt normal. Es läuft jetzt fast so gut wie der Vorgänger, aber auch nur fast. Okay, aber die Bossmechaniken waren schon ziemlich kacke in dem Game irgendwie. Das Spiel ist unglaublich schlecht. Ja. Es ist wirklich eins der schlechtesten Star Wars Games, die aus einem der geilsten Erstspiele entwachsen sind. Ja. Das alles, was in dem ersten so geil funktioniert hat, dass das alles so schön aufeinander aufgebaut hat und so, das haben sie da kaputt gemacht und dann waren die Fähigkeiten so nicht Jedi. Aber vor allem sind die ganzen Animationen komplett abgehackt und völlig hässlich. Und die ganzen Skills sind überhaupt nicht... Die Bossen waren quasi Magier. Also das war wirklich einfach... Ja, das kommt noch dazu. Und das Schlimmste, also ich weiß nicht, ob du das noch spielen willst, das Schlimmste ist, was sie halt am Ende wieder recyceln. Das ist also... Ne, also den einen Boss habe ich ja schon dreimal jetzt gehabt. Welchen? Den komischen Einarmigen da. Achso. Ja, ja. Ne, aber das... Da kommt noch danach. Ja. Und ich mir dachte, oh je, oh je, oh je. Also wenn du es noch spielen willst, sag ich nichts, aber... Ne, ich werde es noch... Oh. Alter, kletter ich hier rauf, aber ja, weil ich schon drei Leuten habe geschossen. Da unten sind sie. Im Gebüsch. Aua. Oh, hier sind Steps drin im Compound. Und einer ist noch draußen. Einer ist hier vorne. Zwei sogar. Der eine ist weg dran. Scheiße. Das kommt aus dem Compound. What? Direkt da jetzt tölt worden. Fack auf! Ja, Fanning! Bam, 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 bam! Okay, great. Sorry. Die kommen einfach alle da rausgelaufen, ey. Na, sind nicht gut gepusht. Ey, die haben mich aber auch echt gedodged da. Also ich dachte die ganze Zeit, alles klar, gleich muss ich einen von denen sehen. Keine Chance. Die sind genau so gemovt, dass ich sie nicht sehen konnte. Ich habe den einen halt viermal getroffen. Ich weiß nicht, was da nicht down ging. Regeneration? Woher kommt das? Keine Ahnung. Die werden gerade von irgendwelchen anderen direkt vernichtet. Du hörst die Kritik zum ersten Mal. Die meisten haben das zweite gehypt. Ne. Habe ich nichts damit gekriegt von dem Hype. Das haben alle gemeckert, wie beschissen der Port war. Auf jeden Fall ist die gesamte Story von dem Spiel so schlecht und so schlecht gescriptet. Also ich fand auch, dass das ein Downgrade war. Ich habe da sogar ein Video dazu gemacht. So ein unfassbar dummer Rap-up. Und da kommt noch so ein Twist, der auch so unfassbar dämlich ist. Boah. Also ich war wirklich einfach nur wütend, als es zu Ende war. Ja, ist einfach wirklich traurig. Weil, wie gesagt, das erste war so fucking gut. Das habe ich mehrfach gespielt. Ich habe es auch zweimal und das erste Mal auf 100%. Ich mache fast nie 100%. Ich auch nicht. Und da habe ich es sofort gemacht. Das war einfach so ein Meisterwerk. Und die Fights waren alle so schön und rewarding. Und die Bossfights waren cool. Und es fühlte sich an, als wärst du ein Jedi. Und dann kam es mit dem neuen Game und nichts fühlte sich an. Allein diese Sprungpassagen mit diesen komischen Kraftfeldern. Einfach mitten in irgendeinem Gebirge einfach Kraftfelder aufgängen, die oben und unten offen sind. Also, spätestens wenn du das siehst, denkst du dir so, wofür ist dies Kraftfeld? Falls King Kong durchlaufen will oder was? Also, es gibt halt Grenzen. Also, es ist zwar Fantasy, aber es gibt halt Grenzen, wo du einfach nicht mehr akzeptieren kannst, was du siehst. Ja, aber es ist doch nicht Harry Potter. Es ist halt immer noch Star Wars. Ja. Und wenn sie da eine Hexe von Dathomir einbauen wollen, bitte, habe ich kein Problem damit. Aber man muss sie nicht übertreiben. Ja, also fand ich auch einfach unfassbar schlecht. Dabei hätte das echt Potenzial. Ja, vor allem kann sie alles ohne Limit. Das ist halt auch Quatsch. Ein bisschen ausbauen, okay. Ich hätte auch dieses Super-Lineare nicht unbedingt gebraucht. Aber das reine Gameplay war im Ersten so viel besser einfach. Ja, auch das ganze Stage-Design und so. Also, dass man sich jetzt irgendwie drauf geeinigt hat, einen Kernplaneten zu machen, der aber völlig tot und langweilig ist. Und dann dafür halt irgendwie noch ein paar leere Copy-Paste-Planeten hinzubasteln, die keine Bedeutung haben. Das bringt halt auch nichts. Weiß ich nicht. Es war einfach alles kein gutes Design. Nee, dabei fing das gar nicht schlecht an, bis auf die Performance. Also, der Anfang ist ja ganz nice. Da ist es ja noch sehr linear alles irgendwie und funktioniert auch ganz gut. Ja, geht. Also, auch da schon merkt man, dass es Probleme hat. Aber ja, da ging es noch. Na, einfach traurig. Aber das ist halt EA. Die kriegen es nicht mehr hin, ein gutes Konzept beizubehalten. Ich meine, ich verstehe sowieso nicht, wie die einfach so doof sein können und Battlefront 2 einfach einstellen. Also, nachdem es fertig war, gut funktioniert hat. Jeder hat es gemocht, der es noch gespielt hat. Und man hätte potenziellen Content für die nächsten zehn Jahre gehabt. Oder tausend Jahre auch. Aus allen Star-Wars-Franchises, die es gibt. Und dann einfach so, ach nö, weißt du, brauchen wir nicht. Das ist so ein Kern. Ist das jetzt offline komplett oder was? Nö, aber der Support ist ja schon lange eingestellt. Denn das Problem ist, dass auch keine Patches und so mehr kommen. Also, auch mit den Cheatern und so. Man müsste halt ein, zwei Sachen überhaupt mal fixen. Zum Beispiel, dass man nicht permanent neues Matchmaking macht nach jeder Runde. Dass du jedes Mal wieder Kashyyyk bekommst, was der erste Server-Map-Rotation wahrscheinlich ist. Immer wenn ein neuer Server aufgeht, kommst du nach Kashyyyk. Kann man auch irgendwann nicht mehr sehen. Und ja, weiß ich nicht. Man hätte da so viel Content reinballern können. Weil das Spiel ist gut. Also, nach den Patches und so. Es ist ein verdammt gutes Spiel. Ich find's sogar besser, als die Originale. Und zwar um Längen. Aber, ja. Wenn natürlich keine Patches und kein Content mehr kommen, kannst du das vergessen. Also, die haben da nen Goldesel gehabt, den sie einfach weggesperrt haben. Und es sieht ja immer noch gut aus. Selbst jetzt könnten sie noch sagen, weißt du was, wir waren doof. Wir nehmen das nochmal auf. Wir sind halt zu blöd, selbst mit Star Wars Geld zu machen. Das muss man erstmal schaffen. Ja. Ja, und von Quadruple A Ubisoft, Alter, erwarte ich auch nix. Also... Ne, ich auch nicht. 5000 Flashy-Animationen, egal was man macht. Auch in einem Star Wars Game brauche ich auch nicht. Wir sollen einfach ein For Honor DLC rausbringen mit Star Wars, Alter. Das reicht mir persönlich schon. Ne. Ne, sagt er. Ne. Hier ist nur ne Lunchbox. Scheiße, hab nix zum wegschmeißen. Geht mal auf die Hunde zu ärgern. Boah, ich weiß nicht, was das bei Hand ist, aber eben, also manchmal hast du so nen kleinen, so nen Kaugummi-Zier und dann holt er das wieder nach. Ja. Also das hab ich auch jetzt direkt wieder. Also, fresh install, alles fit. Trotzdem einfach. Ist einfach das Game. Das liegt aber an der Engine. Ist grad beim runterfallen, kommt das super oft. Ja. Ne, die Star Wars Lizenz ist nicht free. Die haben Lucasfilm Gaming gegründet, welche die Lizenzen jetzt verteilt. Aber sie, also die Rechte sind nicht mehr exklusiv bei EA, weil das sowieso das dümmste ist, was man hätte machen können. Aber das dümmste war sowieso, LucasArts einzustampfen. Aber gut, ist halt... Was, was soll man sagen? Star Wars hat halt ganz schön gelitten in den letzten Jahren. Also es gab zwar immer noch ein paar gute Sachen, aber leider ist es... Früher war es so, fast alles von Star Wars war geil und ein paar Sachen waren scheiße. Und jetzt ist es so, ein paar Sachen sind grad noch gut und das meiste ist scheiße. Und das ist einfach keine schöne Entwicklung für so ein geiles... Franchise einfach. Ah, wir kriegen sogar den zweiten. Franchise einfach. Ah, da sind jetzt ne Zeile. Franchise einfach. Franchise einfach. Jetzt noch einmal Öl. Ich weiß gar nicht, ob ich da mal was machen kann. Ich glaub nicht. Naja. Natürlich. Ah, wieder Kingsnake. Ah, diesmal haben die keinen Ausgang da oben. Ach. 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 Mein ich doch free im Sinne von, jetzt kann jeder Star Wars Games machen. Ne, kann man ja eben nicht. Jetzt kann nicht jeder einfach ein Star Wars Game machen. Das... Du musst... Lukas Film Games muss sagen, ja okay, klingt nach ner guten Idee, das Game könnt ihr machen. Das ist ja nicht free. Sie ist einfach nicht mehr exklusiv. Das ist ein Unterschied. Also finde ich persönlich einfach. Also ich weiß, was du meinst, aber... Das bedeutet... Also free heißt für mich, free for all. Jeder kann die einfach benutzen. Und das geht natürlich nicht. Aber es ist wahrscheinlich einfach nur Wortklauberei gerade. Also faktisch ist es einfach so, dass es nicht mehr exklusiv bei EA ist. Aber trotzdem kann nicht jeder einfach ein Star Wars Game machen. Wahrscheinlich. Also trotzdem hat Disney aka Lucasfilm Games da immer noch die letzte Instanz zu sagen, okay, können wir machen, können wir nicht machen. Weil die eben auf sowas keinen Bock mehr hatten. Ich mein, Lucasfilm Games ist auch erst nach dieser ganzen Battlefront 2 Sache gegründet worden. Das Cracker-Deal. Der war geil in den Südenschüsse. Einfach gar kein Bock auf den Scheiß, find ich einfach. Nee, es geht nicht um Geld. Du kannst nicht einfach sagen, hier ist Geld, ich will ein Star Wars Game machen. Nochmal, die Firma Lucasfilm Games muss dir die Genehmigung erteilen. Und das machen sie nicht einfach nur, weil du Geld hinlegst. Also zumindest ist das der Sinn dabei. Der Sinn war, dass die halt ein bisschen mehr Überblick darüber haben, was gemacht wird mit Star Wars. Und nicht EA einfach irgendwas machen kann. Oder überhaupt irgendeine Firma. Das wollten die ja nicht nochmal. So ein Scheiß. Arlo? Auf dich? Lootung Springfield, ja. Oh Mann. Oh Mann. Die haben eine Stinkiefrau erschossen. Da hinten ist einer. Oh, ich sehe ihn nicht. Jetzt sehe ich ihn ja. Da ist auch einer. Gift und Blutungsamor. Geil. Man hat nie mehr normale Munition. Hm. Du wirst ihm jeder Waffe auch jede Munitionsart geben. Mhm. Ist so bescheuert. Ja. Mach ich mal einfach mal die Spinne mit nur Sticky. Der hat hier glaube ich irgendwelchen Stress. Was? Ja. Die haben nen Fight. Oh. Und da, kommen wir rein und kommen. Jetzt habe ich gleich ein Problem. Ich cover dich. Render ist oben. Mhm. Hab einen. Nice. Hab einen gehittet oben, super low, Sparks hit. Ich komm mit. Oh lol, wow, er one-shotted mich halt. Und der andere hat auch noch einen Hit gekriegt, aber ja, ist jetzt egal dann. Da war ich ein bisschen zu ambitioniert. Ah, die Jungs machen das schon. Schön, Zombies. Ja, die Jungs machen das schon. Ja, die Jungs machen das schon. Ja, die Jungs machen das schon. Oh, zwei. Okay, great. Ja, ach komm man. Diese fucking Blutungs-Scheiß-Ammo. Gott, das ist so ein schlechter Scheiß-Scherz. Ah, tschüss. Der Schießt einen einmal mit der Pistole an und man kann nichts mehr machen. Ich find zum Beispiel so Blutungs-Money in großen Waffen wäre irgendwie viel sinnvoller, dass du in der großen Waffe Druck machst und dann mit der kleinen vielleicht pusht oder so, aber das, also weiß ich auch nicht. schon ein bisschen, bisschen doll einfach, ich mach das auch oft, einfach Pistole, Blutung rein und dann nachpushen. Ja, vor allem waren die halt immer noch im Stalemate. Mhm. Das war ja nicht mal zu Ende, der Fight da. Tch. Immerhin haben wir ein paar Kugeln abgefeuert auf Menschen. Ja. Haha. A Ballonung. 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 Wieso ist das Spiel eigentlich schöner auf Deutsch, Decker? Ich finde hier die ganzen Perks die ganze Zeit nicht. Fuck. No. Äh, okay, einfach zweimal eine Coldwrap Marathon bekommen. Interesting. Ich würde es ja vielleicht sogar ganz geil finden, wobei dafür ist die Spielerbase wahrscheinlich nicht groß genug. Doch, aber wenn es zwei verschiedene Modes gäbe, einen so einen etwas Casualigeren mit so viel mehr Crap drin und dann so einen in Anführungszeichen mehr Competitive-lastigeren mit weniger Scheiß-Money ohne diese Schwachsinnsfallen und alles. Einfach so ein bisschen mehr, wie es früher war. Einfach auf Gunfight ausgelegt. Und dann kann jeder entscheiden, was er lieber spielen will. Aber ja, man merkt das schon, abends ist ja so schon zu wenig los. Aber vielleicht auf der anderen Seite holst du dann wieder alte Fans rein, die das jetzt nicht mehr spielen. K.A. Aber es wäre einfach cleverer gewesen, das Spiel nicht so sehr zu casualisieren und lieber den Leuten einen vernünftigen Einstieg zu geben. Irgendwie habe ich jetzt, das hatte ich früher nicht, dass er im Ladebildschirm einmal ganz kurz so auf 4K hochgeht und dann macht er es wieder klein. Was ist das denn? Also ich sehe dann immer nur so einmal unten links so einen Kreis von diesem Ladebildschirm. Keine Ahnung. Dieses Spiel. Ja, aber du kennst das, ne? Wenn er manchmal so falsch skaliert. Das macht er jetzt im Ladebildschirm einmal kurz und dann geht es wieder zurück. Es ist so weird, Alter. Das Spiel hat eh ein riesiges Problem mit Auflösung. Jupp. Ja, ich war noch sehr gespannt, was das mit dieser angeblichen, dem angeblichen Engine Upgrade werden soll. Ja, ich war noch sehr gespannt. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich hier ins Wasser rein bin. Und geht Alex. Fett, Mann. Wir haben ja nichts. Jubel. Alter, kommen aber einmal zwei Zombies reingestürmt. Kommst du klar dahinten? Ja, ja, also ein Upgrade soll kommen, aber man weiß halt nicht genau, was das bedeutet, ne? Vor allen Dingen, also ist ja, also klar, schön wär's, wenn du diese Kaugummi-Zieher nicht mehr hast und vielleicht, ne, so ein paar andere Sachen rauskommen, die nerven, aber wenn sie am Gameplay nix ändern, nützt das alles nix. Und es ist halt nun mal so, das, was am längsten dauert und am langweiligsten ist, ist die Bosse zu machen und das sollte eigentlich das sein, was dir am meisten Reward bringt und halt auch man auf jeden Fall machen will. Aber das macht ja keiner mehr. Außer die PvE-Spechte, die dann sofort raushoxen. Die haben dann freie Hand. Also irgendwie scheint es also zwei Lager zu geben. Die, die die Bounty machen, sind dann PvE und die anderen scheißen auf alles und gehen einfach nur jagen. Also wenn, wenn man mich fragen würde, wie man das Spiel besser machen kann, dann würde ich sagen, man nimmt diese Munitionsarten wieder raus, weil das einfach nur kompletter Ruin ist. Man nimmt, äh, diese ganzen Semi-Auto-Feier-Waffen raus. Ja. Dann sorgt man dafür, dass die Bosse sowohl schneller sterben, als auch schneller gebannisht werden. Und dann hast du ein geiles, dynamisches Spiel, wo es um PvP geht. Ja. Man könnte ja vielleicht sogar machen, dass sobald irgendein Team den Boss zum Beispiel anfängt zu machen oder zu banischen, dass alle anderen so zehn Prozent schneller einfach laufen, wie so ein Adrenalinrausch für alle, weil sie dann schneller zum Boss kommen. Dann hast du nochmal einen Grund mehr, vielleicht noch ein bisschen weiter zu laufen. Irgendwie sowas. Eine Kleinigkeit. Das ist ja schon schnell genug. Man könnte sich halt auch überlegen, Exits halt fest, äh, also gegenüber vom Boss zum Beispiel zu spawnen und nicht halt neben ihm. Dass gar kein Exit in der Nähe vom Boss ist, ne? Ja. Ja, das wäre zum Beispiel auch eine Kleinigkeit, die eigentlich das viel besser macht. Weil dann hast du halt immer noch, ne, du hast den Fokus auf den Fight und auf die Extraction und auf das Bounty-Token. Und das Extraction, selbst wenn der Boss-Fight langweilig ist, bleibt weiter entspannt, weil du nicht weißt, ob dir da noch einer entgegenkommt. Ja, aber mich fragt ja keiner. Ne, mich auch nicht übrigens. Und wie gesagt, einfach einen Boot irgendwie rein, der ein bisschen einfacher zu verdauen ist für neue Spieler. Dann kann das Kern-Game auch hardcoriger sein. Ja. Und dann brauchst du auch nicht so einen ganzen Casual-Scheiß da reinböllern. Hier ist eine Kasse. Ja, es ist schade, dass halt einfach so gar nichts an den Kernmechaniken des Spiels verändert wird. Und man kann natürlich irgendwie darauf beharren, dass sich das etabliert hat. Aber es hat sich eben nicht so geil etabliert, finde ich. Sonst hätte das Spiel einfach eine größere Player-Base. Und vor allen Dingen, du kannst mit den Leuten reden. Ganz viele, die es früher gespielt haben, spielen es nicht mehr. Und Leute, die es früher nicht gespielt haben, spielen es dann heute. Also es ist halt einfach nur sich gewechselt. Das Publikum. Hat er mal Feuer oder eine Laterna? Das Potenzial von dem Spiel ist halt immer noch völlig geistig krank. Ja. Ah, da ist eine Laterna. Hier aber so eine Kasper-Waffen wie eine Dolch oder so, weiß ich nicht. Das macht es einfach unattraktiver. Ja, vor allem gibt es inzwischen tausend davon. Und auch die Revolver. Hier die New Army und die Officer und was da jetzt nicht noch alles da ist. Bornheim in 80 Variationen. Eine mit 38 Millionen Schuss im Magazin. Damit man bloß 900 Mal daneben schießen darf. Ja, das stimmt schon. Es ist halt, also gerade dieser Thrill, den einen Shot zu setzen, ist halt einfach mega geil. Und das hat dieses Spiel total einzigartig gemacht. Ja. Naja, absolut. Und vor allen Dingen gab es kein anderes Spiel, was das so in der Form irgendwie gemacht hat. Nö, eben. Aber das machen oft Devs, dass sie ihren USP nicht verstehen. Und dann kaputt machen. Auch ein hervorragendes Beispiel. Das ist vielleicht jetzt nicht das allergeilste Game aller Zeiten. Aber Realm Royale kam zu einer guten Zeit. War ein spannendes Battle Royale. Wie dein denn ja? Ja. Und die haben halt nur ballistische Waffen gehabt. Und das war total geil. Was sind die Schankeränder? Und dann haben sie Hitscan-Waffen eingebaut und dann war das Spiel totaler Murks. Steps close. Süd. Glaub ich zumindest. Ja. Der Klo rastet ja auch aus. Beziehungsweise der... Spine-Alter. Spine-Alter. Das war die bureau. Das ist mal Mountainfeuer an. Jo. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ach komm, hat auch noch mal nen Hit. Das ist ne Scheiße. Ja hallo, der wär fast in uns so beigelaufen. Gift Ammo. Jörg Santimoin. Ich glaub Hand ist einfach so ein Beispiel für so ein Spiel, dass sich einfach nicht traut richtig zu committen, Hardcore zu sein, aber irgendwie auch halt nicht so den Schritt machen, so Casual zu werden. Also das ist so nichts Halbes und nichts Ganzes irgendwie aktuell. Keine Ahnung. Also ist klar, dass das Nische ist. Das spricht eine sehr nischige Community irgendwie nur an. Selbst ein richtiges Hardcore-Game würde mehr Leute ansprechen als das jetzt gerade. Der Auto Normal Casual wird hier nie reinfinden und Leute, die es ein bisschen vernünftiger wollen, für die wird es immer unattraktiver. Und die Falz machen ja trotzdem noch Spaß, aber ja, wenn man das Alte noch kennt, wie das mal war, kommt's nicht ran. Das sind jetzt die Kapuzenbande, ja. Paul Fuchs. Paul Fuchs. Paul Fuchs. Paul Fuchs. Hmm... Also, what am I supposed to say is that 6? Lol... Hmm... 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 Ist das eine Uppercut Precision oder was hast du da? Ja. Krise. Avacad ist auch mit Abstand meine liebste Waffe. Was denn? Die Avacad ist meine liebste Waffe mit Abstand. Ja, die schockt schon, das stimmt. Ich habe über 900 Uppercuts. Boah, das Game astet sich einen ab im Ladebildschirm, heilige Scheiße. Ja, bei mir gerade auch. Hatte ich vorher nie. Nur diesen komischen Bug manchmal, dass er in der falschen Auflösung startet. Oh, es regnet. No shit, Sherlock. Oh, komm. Oh, es ist mir nicht so, dass ich das jetzt war. Und dann ist es mir sehr gut. Oh, es ist mir sehr, sehr gut. Oh, es ist mir nicht so, dass ein russband. Da ist kein Schlagchen hier dran Ich hab die Hühner geärgert, was soll das? Auch weil da ein Zettel dran hängt Aber das ist ein Zettel dran Ich hab die Hühner geblaschen Ich hab die Hühner geblaschen Ich hab die Hühner geblaschen Ich hab mir schon ein paar Gedanken gemacht Zu Space Week Games Also ich will auf jeden Fall Mir endlich No Man's Sky angucken Ähm Ich denke Elite Dangerous Wäre eine Möglichkeit Wobei ich da keine DLCs oder sowas hab Da hab ich nur das Base Game glaube ich Aber macht ja nix Reicht ja wahrscheinlich erstmal Und Irgendwas gab's noch Was war denn noch ein großes Space Game Was wir im Gespräch hatten Also klar Star Citizen werden wir auch einen Tag irgendwie machen Ich denke ganz am Ende Um es mal zu vergleichen Wie es sich anfühlt Wenn man mal was anderes gespielt hat Die DLCs kann man sich ja besorgen Ja ich jetzt grad momentan tatsächlich nicht Alter ich bin langer als ein Babypopo Das ist wegen Heavy Rain Achso ja ja Ich hab so viel Rechner Scheiß kaufen müssen Damit überhaupt wieder Streams möglich sind Und auch Videos Direkt nebenan Im Pitching Ich kaufe jetzt erstmal gar nix mehr Alter Oh Nägel Jetzt sind erstmal andere Sachen wieder wichtiger Aber ja Aber es sind ja sau viele Also soweit ich weiß gibt's ja irgendwie Weiß nicht 5, 6 DLCs oder so Ich glaub nicht dass die alle irgendwie Im Game Pass sind oder sowas Mal gespawnt haben Ich überleg mir nach irgendwie ein, zwei andere Games Auf jeden Fall Also ich dachte mir so Dass man jedes Game so zwei Tage spielt Auf einem No-Mans-Game bin ich am gespanntesten ehrlich gesagt Da war ein Geräusch nur aus Ich glaube man kann dann nicht aussteigen Und Missionen an den Boden machen Aber ich glaub die Bodenmissionen sind eh nicht so geil oder? Ich muss mal gucken Ich hab keine Ahnung was die DLCs kosten Ich muss nochmal gucken Ich glaub ich hab das Game auch nur bei Epic Store Vielleicht gibt's ja bei Steam so ein Komplettpaket Inklusive alles Vielleicht hab ich ja Glück mit Preis Ich muss mal gucken Ich hab mir eigentlich vorgenommen Jetzt erstmal nix mehr auszugeben Aber wie es immer so ist Waren ein paar teure Monate Die wenig Content Wegen Technikproblemen Was zum Teufel Ich weiß auch nicht was hier grad los ist alter Meine Fresse verpiss dich doch Was ist das denn gewesen hier alter? Was war das denn? Jetzt haben wir stehen 40 Zombies und so ein Warfeuer Dude neben uns So ein Kaktü Oh nö So ein Stachelfrucht Hat draußen grad einer geschrien oder wart ihr das? Ja da war jemand Ist rot, ist rot, ist rot, ist rot Ich bin so ein Kaktü Ich bin so ein Kaktü Ich bin so ein Kaktü Hab einen. Hier vorne. Die haben auch Spaß gerade. Glaubt ihr, er ist aufgesammelt worden? Jo. Hab ihn nochmal. Nice. Hab einen. Nice. Das sind zwei Teams, ne? Ja. Da ist noch einer gestorben. Ja, dann kommen von Nordosten. Die liegt hier noch? Ein Team müsste tot sein. Oh, lol. Ich hab den dreimal am Stück erschossen. Jetzt haben sie mich. Kommst du da? Sniper. Oh mein Gott. Der arme Typ. Der hat keinen Lebensbank mehr. Einen oder so. Schade. Was? Der lebt noch? Also, nee. Er hat sich das Lack von mir abbekommen. Läuft. Komm. Miese Nummer. Mal. Also, das war... Ich hab den jedes Mal, wenn er wieder aufgestanden ist, einfach erwischt. Die haben wir ihm auch einfach komplett verkauft. Bei Steam kauft. Bei Steam kauft man Odyssey, also in den letzten DLC und hat dann alle anderen. 15 Euro kostet das. Ja gut, aber ich müsste es nochmal bei Steam kaufen, weil ich hab das Game selber nur bei Epic, weil das damals gratis war. Also, was kostet das Game komplett? Das ist die Frage. Also, 15 Euro für ein DLC. Ja gut, ist jetzt nicht toll, aber das gibt man dann halt aus. Was? Ich dachte, ich muss mir da irgendwie 5, 6 DLCs kaufen. Ah. Ach ne, Quatsch. Ach, scheiß drauf. Agnes. Deine. Ach. Sech. Die Mathe. wird es alles nicht verzamelt. Warte mal noch mit und Ready machen, bitte kurz. Jo. Ja, kannst du. 25 Euro für alles. Eieiei. Eigentlich trotzdem ganz schön teuer für so ein uraltes Game, oder? Also wahrscheinlich nicht zu viel für das, was das Game bietet, aber ein Glück muss ich nur eins gar nicht kaufen. Also von daher, ja. Also ich, ist wirklich kein Witz. Die letzten paar Monate waren ein kompletter Abfuck. Weil durch die Technikprobleme natürlich viele Streams abgebrochen wurden. Dann konnte ich keine Videos machen, weil viel von meinem Source-Material einfach komplett kaputt war. Entweder war der Sound im Arsch, das Mikro war nicht zu hören, oder es hat einfach flat-out geruckelt. Also ich habe kein Gameplay-Material gehabt. Was bedeutet, ich konnte keine Reviews oder irgendwas machen, weil ich einfach diese passenden Clips mit Gameplay-Momenten nicht dafür hatte. Und die gehören für mich zu meinen Reviews einfach dazu. Und dann sehr viel Hardware gekauft, damit es wieder funktioniert. Jetzt funktioniert es. Nee, jetzt muss ich aus dem Loch erstmal wieder rauskrabbeln. Also jetzt muss ich erstmal Gas geben. Und wir stehen kurz vorm Sommerloch. Also das ist wirklich für einen kleinen Streamer immer noch eine miese Zeit. immer Regen. also Das ist die outro everything nicht clean aber nosso So ein Mistwetter. Achso. Nee, Poolstreams mach ich garantiert nicht, Alter. So nötig hab ich's nicht. Ich könnte, natürlich könnte ich mein Content auch auf mehr Umsatz quasi fahren, aber da hab ich keinen Bock zu. Ist halt scheiß, aber wir sind direkt hier am Haus dran. Ja, er hat einen Hit. Genau westlich hinter der... Pass auf, die schießen da durchs Loch durch. Ach du Scheiße, Alter. Und natürlich kein Antidot dabei. Oh, der steht hier auch drin. Ach, lol. Unlucky. Na, Poolen, Dolch. Ich schieß mich halt zehnmal an. Ah, scheiße. Das war so bekackt, Alter. Ich hab sonst immer ein Antidot dabei, jetzt nicht. Und dann lauf ich dem anderen schön vergiftet in die Arme. Mmh. Träumchen. Ah, das ist auch ärgerlich mit der Halbster. Nee, 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 sowas geht's bei mir nicht. Ihr, ihr kriegt nur diesen Content. Wüsst ihr wissen. Nee, aktuell also tatsächlich, ähm, ich muss einfach gucken, dass ich einmal mehr Uploads mach wieder. Ich hab viel zu wenig hochgeladen durch diese ganze Technik-Scheiße. Ich hatte einen supergeilen Tagesrhythmus. Ich hab mich jeden Tag hingesetzt, hab irgendwie an Videos gearbeitet. Es kam richtig schön viel Frequent-Content. Und dann fingen die Probleme an. Und, ähm, ich sag auch ehrlich, das demotiviert natürlich ohne Ende. Wenn jedes Mal, wenn du dich hinsetzt und sagst, cool, jetzt mach ich ein Review oder cool, jetzt mach ich ein Video. Du feststellst, dass du mit den Videofiles nix anfangen kannst. Und ich hab halt ne sehr lange Zeit fröhlich Clips gemacht. Und dann wollte ich diese ganzen Clips, die ich gemacht hab, benutzen. Und stell dann fest, okay, das Problem ist schon ne ganze Weile so. Ohne, dass ich's gemerkt hab. Und das ist fatal dann nochmal obendrauf. Also bei mir kamen ganz viele verschiedene Faktoren zusammen, die abfucked waren. Und ich bin ganz froh, dass das jetzt wieder seinen normalen Gang geht. Uh, mit Doktor direkt. Nice. Und Bullet-Grabber. Uiuiuiui. So, da ist doch ein Bullet-Grabber-Loadout, Alter. Ich weiß noch nicht, ob ich das jemals benutze hier, aber egal. Ich find diese Artworks zu geil von dem Game. Ich hab' einfach aus Versehen die Waffe rausgenommen gerade. Bärenzahn. Pool-Streams, ey. Wie erklär ich das meinem Sohn? Ich war alt und brauchte das Geld, oder was? So weit kommt's noch. Nee, bei All in All bin ich einfach so zufrieden damit, wie die Streams an sich laufen, weil das, wie gesagt, also man ist absolut nicht mehr so eingefahren auf irgendein Genre. Das war natürlich ein bisschen auch ein steiniger Weg, dass das mehr Akzeptanz kriegt, wenn man jetzt zum Beispiel mal einen Vorhine anwirft oder so. Oder auch einfach ein, keine Ahnung, ein LP-Projekt oder so. Und, ähm, bisschen mehr Variety-Zeug einfach eingebürgert. Das ist richtig geil. Aber, ja, YouTube muss halt auch einfach jetzt endlich mal weitergehen. Ich hab' auch Bock, einfach wieder mehr Gameplay-Highlights hochzuladen. Da hab' ich am meisten Spaß dran gehabt, immer die zu machen. Aber ich bin noch nicht so hundertprozentig warm mit DaVinci, also ich, manche Sachen sollte ich vielleicht doch lieber weiter noch in Premiere machen. Ich mein, ich hab' das Abo eh, allein schon wegen Photoshop, aber, ja, Resolve ist schon geiler. Zumal, ich hab' natürlich sauviel AV1-Material jetzt, welches Photoshop immer noch nicht, äh, Dings Premiere immer noch nicht kann. Ach, kamen die Alerts wieder drei Stunden zu spät? Ja, nice. Mach dir auf YouTube die Glocke an, dann weißt du, wenn ich live bin. Ups. Oh, der passt direkt hier. Das zum Beispiel passiert, finde ich, auch einfach viel zu oft. Ich hab' so'n Laterne. Oh, da ist auch noch das Egel-Paket. Oh, da ist auch noch das Egel-Paket. Oh, da ist auch noch das Egel-Paket. Achso, was mach'n? Ach nee, ich hab' ja mein Katana gar nicht mehr, wenn sie verreckt. Ähm. Oh. 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 Hat auch kein Damage schnell, die Wurfmesser, irgendwie Ne, bei dem kannst du es vergessen Rot, sind Leute drinnen von oben, von oben rein Fuck, hit Oh, da entsteht ne Feles vor mir, Alter, ich fass es nicht Sind durchs Fenster rein, oder? Oh Gott, da ist noch einer Wow Ich bin gerade am Nachladen Ach, meine Fresse Es ist doch wirklich nicht wahr Was ist denn das alles immer für ne Scheiße Die Scheiße am Hacken Oh Gott, ey Du hast mich aufgekratzt und hab ich direkt die Baseballkeule abgekriegt Ich kam auf einmal von unten reingerannt Während ich am Nachladen war Das war ein Duo Oh, lol Ganz komische Perks hier, Alter Ich bin gerade am Nachladen war Ich bin gerade am Nachladen war Ich bin gerade am Nachladen war Die Scheiße, mein Sohn Die Scheiße, mein Sohn Ich bin gerade am Nachladen war ż Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Du hast gesagt, Hand nimmt, Hand gibt. Aber irgendwie fühlte sich jetzt mehr an wie Mars Hand spaßig und Mar kannst du den Atem vergessen. Also manchmal ist es richtig geil und manchmal ist es halt irgendwie ganz, gar nix. Also heute ist es auch so, also neulich abends, wo der Stream offline war, wo ich noch Clips gemacht habe, die alle irgendwie so 30 FPS jetzt haben, leider. Deswegen ist es ja noch nicht hochgeladen, aber ich überlege halt noch, ob ich es einfach trotzdem machen soll. Aber das waren so geile Runden. Jede Runde war spaßig. Wir haben jede Runde einfach, wir haben in einer Runde sieben Kills gemacht, alle mit Katana. Solche Sachen. Und dann hast du so einen Abend wie heute, wo du einfach eine gute Runde mit der Lupe wieder suchst. Das ist halt so random irgendwie, weil so viele unterschiedliche Leute auch irgendwie scheinbar unterwegs sind immer. Keine Ahnung, ob es einen guten Tag oder eine gute Uhrzeit gibt, um Hand zu spielen, das dann anders ist. Den Eindruck hatte ich aber nicht. Das war auch mitten in der Woche, mitten in der Nacht irgendwie. Also keine Ahnung, ganz, ganz weird. Ja, aber das ist jetzt das Problem gewesen, ne? Man geht jetzt immer schon davon aus, okay, Bossfight, also sitzen die jetzt irgendwo draußen mit der Sniper und warten und dann stehen sie einfach immer doch vor dir. Weil das so selten passiert, dass wirklich noch einer reinkommt. Echt schade, so. The Crane. Da wird direkt geballert. Oh, das ist halt ein Pro-Gamer-Dienstag. Es kommt auch immer ein bisschen drauf an, finde ich. Also mit manchen Leuten führt man gefühlt auch einfach deutlich mehr irgendwie so funny Conversations. Ich glaube, bei Gorg ist das so unter der Woche auch eher so, der ist froh, dass er Feierabend hat. Der hat ja auch seinen Stream nicht an. Wir sind eher eine ruhige Truppe gerade hier. Wenn du natürlich so einen kompletten Chaotten-Trupp hast, so wie neulich, dann ist es sicherlich auch nochmal ein bisschen anders, weil man die Downtimes da besser überdrückt. Das ist wieder der fucking Assassin. Das ist wieder der fucking Assassin. Oh leil. Wenn jemand ne Laterne hat, kann man wieder Sticky Action machen. Ich hab Misty gebombt. Ich hab Fliegen, oder? Den hab ich schon. Ah ne, ich kann keine mehr. Ah, hier ist nur Laterne. So hat drei Stimmen. Und ne Kasse. Oh, wow. Du hast auch noch ne Sticky, oder? Ja. Oh Gott. Die hat nix daneben gemacht, ne? Nicht übergleichen, naja. Na, vorsichtig. Nein, daneben. Oh, am Fenster war einer. Weiß nicht, ob das ein Zombie war oder ein Player. Ah ne. Das war es. Da wackelte gerade einer vorbei. Das war leider auch nix. Hab die voll daneben geschmissen. Ja. Ja. Und mit Gift irgendwie. Nee. Ja, ich bin. Ja, ich weiß auch nicht, ich finde auch, also die Bossfights sind ja doch einfach irgendwann nicht mehr so geil. Ich fand die noch nie geil. Nee, aber also jetzt sind sie noch weniger geil. Nee, irgendwelche sich glitschend hin- und herbewegenden Kackbosse hatte ich schon in Sven-Koop. Und das ist fucking 20 Jahre her. Sven-Koop, Alter, das hab ich ja ganz vergessen. Wir können ihn natürlich theoretisch auch einfach liegen lassen, anstatt hier immer rumzuwarten. Es ist wirklich, also wir machen jede Bound jede, weil niemand sich für diesen Dreck interessiert. Was für ein beschissenes Spielprinzip ist das? Ja, es fehlt irgendwie so der Anreiz, das wirklich zu machen. Na gut, mit den Challenges wollen die Leute ja auch irgendwie PvP machen, damit sie die abschließen können. Ja, ich bin. Na, am Tafino Gork ist wie der blonde Killer aus Fargo Ein bisschen, ja Das stimmt Ja, das ist echt, finde ich, ein großes Problem Also, das, ne, die Fights sind nicht Es wäre halt viel geiler, wenn du wirklich einen riesen Reward irgendwie hast, wenn du als Erster am Boss bist Aber den hast du halt einfach irgendwie nicht so richtig Also ja, natürlich kriegst du am Ende mehr Knete und so Aber man hat doch sowieso immer genug Knete Und jetzt sind auch noch die Bounties Beziehungsweise die Hunter sind ja günstiger sogar noch Und haben jetzt besseres Zeug Und du hast, wenn du unter bestimmten Dings droppst Sogar irgendwelche Gratishunter, die taugen Also es gibt einfach gar nicht so viel Grund, dass Geld jetzt so ein Megafaktor ist Also da willst du halt den ganzen Tag mit irgendwelchen Napswaffen spielen Aber die Das machen die Leute ja trotzdem dann Also die machen dann Napswaffen und gehen dann rein Und killen und gehen dann irgendwann einfach raus Es gibt einfach wirklich Nicht wirklich viele Gründe, den Boss zu machen, oder? Also, oder Machen die Leute das einfach nur nicht, weil sie zu doof sind, das zu checken Weil also Die zweite Bounty ist auch überhaupt nicht angegangen worden Das ist auch nur Baby-Bounty gewesen, glaube ich, ne? Ne Mir gefällt auch, dass die zweite Bounty auch überhaupt nicht gemacht wird Ne, natürlich nicht Aber schön, dass wir die Bosse drin haben Macht eine gute Sache Da kann man sich wenigstens mal in Ruhe unterhalten Meine Motivation, den Boss zu machen, ist, dass dann irgendwann ein Team auftaucht Ja, aber die kommen ja nicht Das ist ja genau das, was wir meinen Sie kommen nicht Siehst du doch Es macht halt keiner die Scheiße Es kommt ja keiner Das ist ja das ganze Problem Wir machen Undau und die Bounties und gehen dann raus Das ist halt Das ist ja nicht nur heute so Das ist ja generell einfach richtig oft so Oder die Leute sitzen am falschen Ende vom Compound Dass du einfach rauslaufen kannst in den Exit-Reihen und so Also Es ist so wenig los an den Bounties Das wäre ja schön Das wäre ja eine schöne Motivation Aber wo ist die Motivation für die anderen Teams? Scheinbar kommen die ja nicht 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 Drei Vierer Bounty in dem Bereich wird hart um die Bounty gefightet. Ich hab auch den Eindruck, dass Lower Elo einfach mehr Spaß macht, weil mehr Leute um die Bounties kämpfen, aber du siehst es ja. Also ich glaub, wir haben alle vier Sterne aktuell. Die Runden sind lame wie sonst was. Guck mal, wir haben die Bounty und niemand kommt contesten. Wir laufen hier quer über die Map. Es ist nicht mal einer in der Nähe. Wir sind auch bei vier Sternen unterwegs. Lustig, dass das bei manchen so anders ist. Kommen wir her, ist der Boss fertig. Ja, natürlich. Vorne muss jemand drinnen sein. Es sind drei Leute im Gebäude, würd ich sagen. Ansonsten hab ich nix gesehen. Sagen wir mal, dass sie drinnen. Ja, da war jemand. Zwei Leute noch. Bist du tot? Oh, das war ein Headshot. Natürlich. Na fucking Falle. Halt gehoben. Halt. Ich geh rein. Komm mit. Hab ihn betradet. Na ja, der ist nachher mal gestorben. Vom Fall oder was? Nee, der muss ausgeblutet sein. Ah, okay. Ist nix mehr. Ah, der hat hier ne Dolch. Den nehm ich mit. Den hab ich's gegeben, Alna. Der hab ich einfach nen Headshot verpasst mit den Shotballs. Okay. Ja, ich hab hier von außen auch noch einmal rein und hab nen Kill gemacht. Aber die hier hab ich gekillt. Ja, die hab ich gekillt, als sie hier am Fenster stand. Ach so. Die wurde ja dann überhoben. Ja, dann wurst du nochmal aufgekratzt und dann nochmal gekillt. Davor hab ich sie auch irgendwie erschossen oder irgendwen da am Fenster. Wahrscheinlich hatten die hier schon. Ja, hier war ein Fall. Ja, das ist nix mehr. Ja, dann raus. Ach so. Wollen sie nur mitnehmen, ne? Wut. Ja, okay. Ja, okay. Duos mag anders sein. Keine Ahnung. Wir spielen ja nicht immer Trios. Also, wie gesagt, es gab auch Abende, wo das nicht so krass war. Aber also generell, finde ich, wird sehr wenig um die Bounty gekämpft. Was ich so erlebe. Da fahr, hau rein. Ja, Fünfer, Sechser ist wirklich nix. Je höher du kommst, desto weniger geht's um die Bounty. Ist schon verwunderlich, dass hier überhaupt noch jemand die Bounty gemacht hat. Aber die haben wahrscheinlich gedacht, das ist schon alles tot. Mit dem Spiel auch nicht schaden, einfach die Spieleranzahl zu verdoppeln pro Map. Ne, das habe ich auch schon gedacht. Das ist so wenig los teilweise. Ja, also manche Runden fühlt sich das wie Geisterstadt an. Muss halt Glück haben, dass überhaupt Leute irgendwie bereit sind zu spielen. Um das Objective. Um den einzigen möglichen Treffpunkt. Den einzigen Grund da rein, ja. Das ist wirklich so. Sie könnten mindestens bei Trios das so machen, dass mehr Leute auf der Web sind. Na, aber ich glaube tatsächlich, man könnte schon einigermaßen viel machen, wenn nicht man zum Beispiel immer direkt manchmal neben dem Boss spawnen würde, wenn nicht in der Nähe vom Boss überhaupt ein Exit wäre. Solche Sachen. Nice, Double Bounty. Oder, dass die Exits erst angezeigt werden, wenn überhaupt einer die Bounty hat und die werden dann generiert, quasi irgendwas, irgendwas. Ja, oder du kannst den Exit gar nicht finden ohne Bounty zum Beispiel. Dass du halt die Vision nicht hast für einen fucking Wallhack, sondern um überhaupt den Weg zum Exit zu finden. Das wäre natürlich auch interessant, ja. die Leute, die dann ohne Bounty nicht rauskommen. Dann ist der Fight um die Bounty aber garantiert. Das wäre natürlich auch eine Idee. Oder das zumindest als Modus mal zu versuchen. Der Crytek traut sich irgendwie nichts. Nö. Ja, aber das wäre doch tatsächlich wirklich eine Idee. Dann machst du das ein bisschen fast pacer und dann hast du so einen Modus, wo du nur mit der Bounty rauskommst. Und dann ist das alles aber ein bisschen, geht alles ein bisschen schneller. Die Bounty dauert nicht tausend Jahre. Einfach mal ausprobieren. Und dann kannst du es ja machen, dass das Rausgehen dafür einfach noch einen Ticken länger dauert. Dass du noch ein bisschen länger da deinen Stand machen musst oder so. Irgendwie sowas. Ja. Gibt auf jeden Fall Methoden. Achso, ich muss noch eine Granate nachkaufen. Es gibt genug. Das ist halt die Frage, ob die einfach, ob die bereit sind, sowas zu erforschen. erforschen. Aber wirkt halt einfach nicht so. Naja. Es würde ja auch zum Beispiel schon geiler sein, wenn sie bei den Events einfach nicht nur quasi immer so eine Abwandlung mit irgendwelchen Perks machen, sondern dass die Events ein anderer Spielmodus jedes Mal sind. Immer ein bisschen abgewandelt. jedes Season einfach so ein bisschen anderes Gameplay. der diese ganzen Kack-Events einfach gar nicht machen möchte. Ich hasse das. Ich finde das saulangweilig. Ja, ich... Nee, da bist du nicht der Einzige. Ich finde das auch langweilig. Beim ersten Mal war es das nicht wirklich irgendwie scheiße machen. Genau, genau deswegen meine ich ja, es wäre viel geiler, wenn die Seasons das Spiel jedes Mal ein bisschen ändern würden. Jedes Season sich fresh anfühlt. So ein Event-Modus, der einfach das Spiel leicht neu erfindet und dann guckt man, welche davon am besten ankommen. Dann hast du auch ungefähr eine Richtung, was die Leute mögen und was nicht. Und es würde sich jedes Season lohnen, reinzugucken. Und dann machst du halt den Standard-Modus noch als Option rein für alle, die da keinen Bock drauf haben. Gibt's ja bei allen anderen Games mit Seasons eigentlich auch so so einen normalen, deinen normalen Scheiß weiterzocken kannst. Genau. Da ist einer kein Sheriff. Pff, Spalter. Aber ich hab einen Hut dabei. Das ist kein Hut, Alter. Der hat jetzt irgendein Filzhandtuch. Ja, nee, nicht, dass am Ende die Spiele noch besser werden. Das kann natürlich nicht verantworten. Wer spielt denn bitte für Spaß? Also das ist ja wirklich ein kompletter Quatsch jetzt. Ja, das ist auch wirklich albern. Ja, also die Events ändern schon ja eine Kleinigkeit, aber im Grunde ist es immer sehr ähnlich und allein, dass du jedes Mal dieses Spine-Altera hast und nichts sich daran ändert, das ist halt auch irgendwie nicht so geil. Also da könnte man auf jeden Fall mehr machen. Selbst in einem Game gestompt zu werden in League macht mir mehr Spaß als hier irgendwelche Bounty-Bosse abzugammeln. Ja, das stimmt. Ja. Ja, das finde ich halt immer das Absurde daran. Also man weiß ja, dass schwer kompetitive, gute, auch schwer zugängliche Spiele durchaus mega Erfolg haben, wenn sie es durchziehen und gut designt sind. Und das Spiel hätte ja das Potenzial dafür. hat eine gute Grafik. Das war vorher ein richtig geiles Game. Das einzige Problem war, es war halt nicht easy to learn, hard to master, sondern es war hard to learn, hard to master. Und das ist ein Problem. Du brauchst irgendwie einen leichten, seichten Einstieg für die Leute, damit sie Blut lecken und dann Bock haben, besser zu werden. Das wäre alles, was gefehlt hätte. Warte auf andere Spieler. Ah, jetzt geht's los. Komisch, du wartest die ganze Zeit darauf, dass alle laden, dann kommt Warte auf andere Spieler und dann geht's direkt los. Okay. War irgendeiner so ein Special Snowflake, der nochmal erwähnt werden wollte. Wir warten auf Malte. Oder Dieter. Als ich noch nicht den neuen PC hatte, war ich dieser Malte. Tja. Das ist die Regel, Alter. Wobei, ich hatte glaube ich in meinem alten PC schon eine SSD und hatte Hand dort auch drauf geladen. Aber mein Setup war allgemein so kacke, dass ich nicht mal auf 30 FPS spielen konnte. Ja, das ist übel. Und die Mädchen, ich habe 1500 Stunden unter 30 FPS gespielt. Das kriegt gar nicht nachvollziehen, Alter. Ich hatte einfach so viel Spaß, das war mir scheißegal. Nee, mit 30 FPS kann man keinen Spaß haben. Das geht gar nicht. Ich habe ja eine Zeit lang, wo ich noch nicht mit meiner Frau zusammengezogen bin, aber dann immer da gepennt habe. Dann habe ich dann nachts manchmal da noch die Playse angeschmissen, habe dann vor Honor auf der PS4 gespielt mit 30 FPS. Das ist ein Kulturschock, Alter. Wenn du irgendwie einen 240-Hertz-Monitor eigentlich hast und dann aber schön 30 FPS auf der Konsole das gleiche Game quasi spielst. Nice. Aber Orochi Light Spam hat es dann geregelt. Nee, ich habe einfach einen Shugoku gespielt. Die Leute spammen halt dann den ganzen Tag auf der Playse, oder haben sie früher zumindest, weil die meisten halt dann nicht so reagieren können wie auf dem PC. Und das Problem ist, wenn du dann so Highlander oder so einen Fatman spielst, der halt traden kann, ist dir das halt egal. Und wenn 50% der Leute einfach nur reinhacken, dann hackst du halt einfach zurück und genießt einfach, was passiert. W-Ping. Ich habe heute zum Beispiel auch noch gar nicht geguckt, was die Hausaufgabe ist. Aber letzte Season hat sich das für mich komplett gelohnt, das zu machen. Also auch wenn es nervig ist, aber ich habe den Pass ja super schnell gemacht. Aber es ist, ich hasse es. Es nervt so ab in allen möglichen Games. und auch dieses ewige Daily-Login-irgendwas machen für irgendeine Scheiße, für irgendein Spiel, was du sonst gar nicht spielen würdest. Also machst du es so Aktionismus-mäßig. Keine Ahnung. Es gibt Spiele, die habe ich einfach Tausende, Fünftausende, Zehntausende Stunden gespielt, die nichts davon haben. Also es muss ja gehen, dass man irgendwie motiviert wird, was zu spielen, ohne so eine Scheiß-Karotte vor der Fresse. Tja, damals, was weiß ich, wie viele tausend Jahre lang Warcraft 3-Mods gespielt, Alter, da gab es auch nichts zu verdienen. Das war ein Arschtritt. Man spielt für die Game-Experience. Nee, das kann man heutzutage nicht bringen, ey. Nee. Sieht man ja an, hell da was. Ja. Aber ich habe auch Leute gehabt, die meinten, dass es halt nach einem Wochenende für die langweilig war, weil es immer das Gleiche ist. Und ich denke mir so, nee, es ist ja nicht immer das Gleiche. Das ist doch gerade das Geile daran. Ja. Und so eine Leute spielen dann wahrscheinlich ein Call of Duty und sagen, das ist super unique einfach hier, dass die Season ist. Keine Ahnung. Die Leute haben da gar kein Gespräch. Ja, ja, das neue Call of Duty. Endlich wieder was Frisches und dann grinden sie jeden Battle Pass durch, weil der Battle Pass ist immer anders, also es ist ein besseres Spiel. Ja, ich verstehe das nicht. Also, keine Ahnung, das ist so eine zurechterzogene Gamerschaft bei manchen Sachen. Das macht keinen Spaß, sich das anzuhören überhaupt. Aua, danke. Achso, der war nämlich nett. Da rasten wieder welche aus. Da haben wir auch viel Long Ammo dabei. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, ich müsste jetzt eigentlich auch bald mal, oder habe schon wahrscheinlich, die neue Knarre. Die Marco? Äh, nee, ich habe erstmal noch diese Shotgun oder was das ist da, diese Pump-Action Geschichte. Ich glaube, das ist die Marco, also die, nee, die Marco ist doch so eine Lever-Action, ne? Achso, ja. Sorry für den Knall. oh, 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 oder meinst du die Coldwell-Marathon? Ich glaube, die ist das, keine Ahnung, die erste, die da am Pass kommt. Ja, dann ist die Marathon das. fucking Spider-Man. Wir müssen mehr ballern einfach bei den Bossen, dann kommen mehr Leute, weil sie denken, oh, das ist ein Fight. Voll erwischt. Die Drag-Sau. Single-Bounty und alle sind wieder komplett woanders. Das ist einfach so geil. Was hast du denn da für eine Fanbase am Start? Ich kenne die nicht. Gork nimmt einfach den ganzen Compound mit. Echt mal. Oh, Schatz. Jetzt, oder was? Hä, von wo war das? Nord. Die sind auch close, ich höre Steps. What? Oh, er hat auf das Fass geschossen. Och komm, da ist noch einer. Jetzt kommen welche. Jetzt, wo wir abhauen. Was ist da oben? What the fuck is going on? Das ist ja geil. Ich fass es nicht. Jetzt sagen wir die ganze Zeit so, ah, hier ist eh keine an den Bounties. Wir ziehen mal weiter. Und dann kommen sie natürlich. Fucking faszinierend, Alter. Aber das ist auch so typisch, ne? Wer rennt denn da hinten rum? What? Das ist so dumm wieder. Das ging so dumm, dass jetzt kommen sie. Ich verstehe nicht, was da hinten, also das ist auch schon wieder, jetzt sind zwei Teams einfach um uns rum gelaufen, während wir diese Bounty gemacht haben. Während sie halt vorher irgendwie 37 Jahre da rum geballert haben. Es ist alles so random, wirklich. Diese Bounties, sie machen einfach keinen Spaß. Also wenn es konsequent einfach Fights werden, okay, aber es ist halt, es wäre ja trotzdem spannend. Du wüsstest nicht, kommt einer rein, bleiben die draußen oder so, aber das ist halt einfach so 80 Prozent der Zeit einfach da so ein PVE machst und dann auf einmal sind wieder alle da. So weird. Ich kriege heute auch niemanden tot scheinbar. Ich gebe allen irgendwie zwei, drei Hits, aber nichts passiert. Ich habe auch schon ein paar Hitmarker gefarmt. Was ist denn das für eine? Ach, das ist Long Ammo. Ich dachte, das ist eine Shotgun. Nee. Hä? Ist eine Shotgun? Was ist denn das? Die Marco, das ist ja. Nee, die Marathon. Die Marathon, das ist, Marathon ist doch keine Long Ammo. Was ist das? Achso, weil mein Filter dann spinnt. Der zeigt mir die halt bei allen Munitionstypen an. Oder ich bin zu doof, den zu benutzen. Naja, wie auch immer. Aber ja, man sieht es ja in der Kugel daneben, ne? Ja. Ja. Kurzer Kugel daneben, ne? Ja. Kurzer Kugel daneben, ne? Ja. 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 Äh, lol. Alter. Alter, was man hier alles jetzt noch vorher macht. ganzen komischen Perks rausnehmen. Koch oft im Kugel daneben. Verder das leads�� möjlichen melody, wie auch immer zum figureden. Anfänger. Achso, wenn man die ausgerüstet hat, ist die immer da. Alles klar. Gesicht bewegt, verliert. Naja, so ist es jetzt auch nicht, ne? Ja, also irgendwie müssen sie die Leute dazu kriegen, mehr zu kämpfen irgendwie. Also wirklich um das Ziel des Spiels. Oder was? Ah, okay, da geht auch ne Kugel bei Flöten, verstehe. Also braucht man auch Bullet Grubber dann. Ich glaub, die hab ich sogar schon mal gehabt. Ein paar Bäckchen fehlen, Alter. Ja, der Bass ist hier. Natürlich ist er hier. Boah, was sonst? Allein. Wir können auch einfach gucken, wo die nächste Krähe fliegt und wir spielen das einfach wie alle anderen. Ja. Ich renne jetzt hier einfach dumm im Kreis um den Kompon drum. Laut. So, Raben, hallo. Ja, wir müssen die Leute baiten. Einfach herlocken. Nicht mit dem Boss, sondern mit Geräuschen. Mit Krähen. Oh, warnt ihr das? Ja. Ja. Okay. Aber da hinten waren glaub ich auch grad Krähen Südwest. Oder sind meine so weit geflogen? Geil, wie so ein theoretisch Bock auf ein bisschen rumballern zu gar keinem Bock mehr auf die Scheiße wird. Wir können auch ein anderes Game zocken, also so ist es nicht. Solange ich es installiert habe. Ich hätte auch Rise of the Ronin spielen können. Das muss ich auch noch anfangen. Also, wenn du Nioh nicht mochtest, dann brauchst du das nicht spielen. Ich erkenne Nioh gar nicht. Von daher, I don't know. Muss ich checken. Es kommt einfach auch keiner. Nee, warum auch? Also, die Leute kommen nicht mal zu den Raben, wenn die Bounty in der Nähe ist. Es ist einfach so. Nee. Oh, ich seh Leute da hinten. Oh, cool. So, ich versuche nur auf die Entfernung zu snipen. So, ich versuche nur auf die Entfernung zu Sagen, wird da hinten jetzt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Die haben auch keinen Bock. Hm. Ne. Bestimmt auch ein Haufen Bück-Spechte. Vielleicht kommt der Sniper-Shot. Ich renne hier. Also offener kann ich nicht rumrennen. Hallo. Wo verstecken die sich? Ich höre was. Da. Ja. Die laufen gerade an mir vorbei. Einer hat Hit. Noch ein Hit. Gibt auch. Noch ein Hit? Was? So hoch ist die Feuerrate aber doch nicht. Der hat auch einen Hit zwischen uns. Ja, hab ihn. Wo ist der letzte von denen? Da habe ich jetzt ein schnellerer Feuerrate gerechnet. War das der letzte? Ne. Oh, ich glaube nicht. War nur zwei. Ja. Oh, ich glaube nicht. Das ist so ein Quatschkram. Ja, okay. Das ist so ein Quatschkram. Ja. Also genau das ist so dumm. Einfach Spray and Pray. Was hat das in dem Game verloren? Das ist so dämlich. Also das war ja wirklich nur noch Spray and Pray. Er war sogar fast tot. Ich habe ihn dreimal getroffen. Ja, ich habe ihm auch nochmal einen Hit gegeben gerade. Der hatte, weiß ich nicht, einen halben Balken von seinem ersten noch über. Ja, jetzt wurde er von der Third Party geholt. Das ist dumm. Cool. So der Scheiß. Nein, nein, doch nicht. Ja, super. Ja, wie gesagt, wir können was anderes spielen. Mir ist wurscht. Ja, aber was gibt es denn? Ich weiß nicht. Ich verhält bei was. Stimmt, es gibt jetzt Flugfecher, ne? Als ich das zum letzten Mal gespielt habe, hatte das irgendwie 30 Frames. Du droppst auf 30 runter. Klingt nicht nach Spaß. Ansonsten, weiß ich nicht. Haben wir ansonsten mal gespielt. Nix. Ich finde übrigens auch witzig, wie dieser Geldfaktor einfach gar keine Rolle mehr spielt. Nee. Ich kaufe die ganze Zeit super teure Waffen ein und bin die ganze Zeit auf dem gleichen Geldniveau. Es passiert nichts. Ja, ja. Ich bin auch nicht mehr arm. Alles irgendwie idiotensicher gemacht. Okay. Okay. Ja, aber ein Wipe bringt ja auch nichts. Also ja, theoretisch schon, weil jeder dann erstmal wieder anfangen muss, aber du würdest ja trotzdem ratzfatz wieder Geld haben. Das ist ja ein Problem mit dem Game selber gerade. Ja, einfach schade, dass das oft halt einfach so zäh ist. Weil, wie gesagt, das Spiel an sich ist ja cool. Und es war früher auch nicht so, dass du permanent nur die Fights den ganzen Tag hattest. Aber die, die du hattest, waren auch dann so rewarding, dass sich die Downtimes gelohnt haben. Und jetzt hast du die Downtimes, aber den Reward nicht mehr so von den Fights. Genauso wie eben. Also, ne, ich hab den flankiert und alles. Hab dem sogar den ersten Schuss gegeben, mehr Druck aufgebaut. Und er sprayt halt voll rein. Und wenn ich jetzt Fanning gehabt hätte, hätte ich das einfach auch machen können, so. Ja, super. Weiß ich nicht. Ist halt irgendwie langweilig, dass, wie gesagt, dann kann ich auch Call of Duty spielen. Wenn ich einfach so ein, ne, oder Battlefield. Ja, okay. Also, wenn man das System überarbeitet, könnte man Wipe machen, theoretisch. Ja, aber, na gut. Ich glaub, ist immer schwierig bei releasenden Games mit Wipes. Die Leute haben bezahlt für das Game und haben ihren Progress. So, ist halt die Frage, ob das dann cool ist, wenn man den wegnimmt. Aber man könnte trotzdem ja das System überarbeiten, dass nicht immer mehr Leute zu viel Geld haben. Oder dass man das auch durchaus einfach mal wieder mehr verliert. Zum Beispiel, wenn du ohne Bounty rausgehst, dass du einen Abzug kriegst oder so. Dass du auch mal miese machen kannst in der Runde, obwohl du überlebst. Weiß ich nicht. Irgendwas. Es gibt tausend Ideen, die man versuchen könnte. Aber sie machen nix davon. Da kommen auch Rettungspunkte. Wenn OBS läuft, Alter, dann läuft das Game auch noch recht. Dann ist das ein bisschen scheiße. Dann ist das ein bisschen scheiße. Achso, ich bin schon gepacktet. Ist der Bass hier? Bitte nicht. Ich will das Objective nicht. Das erste Spiel der Welt, wo ich keinen Bock mehr habe, das Objective zu spielen. Alter, ehrlich. Das musst du dann auch erstmal schaffen. Bitch, be burning. Bitch, be burning. Bitch, be burning. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Überraschenderweise weiß kann ich leben. Ja, sehr surprising. Wie viele Zombies in diesem Scheiß-Compound waren. Was ist das? Oh, hier ist eine Karte drin. Oh. Einplätschen, Mark. Southskin. Oh. 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 Boom. Hm. Tschüss. Keine Fettis. Da hier unten ist einer. Nein, ich meine nicht den ganzen Tag, ich meine die Armut. Ach so. Die Armut, die Kartoffelkopf. Hier rennt auch einer. Da ist einer. Jetzt habe ich die Lampe weggeschmissen. Ich muss Feuerschaden machen. Ja, Bridell. Die. Oh. Surprise, surprise. Ja, ist keiner da. Ja, wahrscheinlich war niemand da. Ja, der Hetz geht er. Andere Bound ist auch noch nicht fertig. Und irgendwo im Süden Explosionen. Da sind Leute im Südwest. Also laufen wir denen gerade so in die Arme. Ah ja, ich sehe einen. Oh, nur einen. Hier irgendwo am Stein. Ah, der rennt da. Ist da irgendwo im Wasser. Unter der Brücke. Läuft der vor uns weg oder was? Ist halt gut so, ne? Nein. Fick dich mit deiner Scheißwache. Ach, na klar. Was von wo? Oh, natürlich. Wo ist er? Ja, von weit weg. Keine Ahnung. Von 2. Das sind zwei. Warum habe ich die eben nicht gesehen? Ich habe gerade einen 360 gemacht. Die stehen neben uns. Helfer. Und ich sehe die nicht. Okay. Ja, keine Ahnung, wie der jetzt hier rüber schießen konnte. Hä? Okay. Keine Ahnung. Weird. Also, sieht mir jetzt nicht so aus, als ob man mich da wirklich sehen könnte, wenn ich hinter dem Ding stehe. Aber gut. Ja, schon wieder toll. Wahrscheinlich konnte der da rüber gucken. Keine Ahnung. Das ist auch wurscht. Das ist auch wurscht. Oh, naja. Was? Oh, naja. Mir ist das irgendwie mittlerweile auch zu viel zurecht gebastelt, dass du alles irgendwie anpassen kannst mittlerweile einfach so ohne irgendwas. Die ganzen Perks einfach austauscht und so. Dann kannst du auch gleich sagen, jeder Hunter hat sechs G-Punkte, die verteilst du am Anfang und fertig. Das ist viel einfacher. Also es läuft aufs Gleiche hinaus. Ja, also wenn jeder immer mit allem rein startet in die Runden, was hat dieses ganze Hunter-System überhaupt für ein Appeal? Ja, gar keinen mehr. Es ist einfach nur noch umständlicher. Jeder hat immer Fanning. Jeder hat immer Levering. Es ist, ja, toll. Ja, auch da könnte man doch bessere Balance machen. Also dass das deutlich mehr Spread einfach hat. Das ist viel zu genau. Wenn man genauer sein will, musst du halt ADS machen und wenn du so super close dran bist und dann einfach, ne, so wie Nahkampfattacke einfach bam bam bam, von mir aus. Ja, du löscht die alten Perks raus und packst dir neue rein. Dann kannst du doch auch gleich sagen, welche Perks willst du. Standardmäßig, die drei, gut. Also, das war doch vorher viel geiler. Du hast einen Hunter genommen und hast geguckt, was hat er. Okay, was kann ich daraus machen? Wie kann ich das nutzen? Und dann hast du vielleicht mal was anderes gespielt, passend zu deinen Perks. Ja. Ja, auch die Anordnung der Lebensbiken. Einfach ein Preset machen, das immer automatisch ausgewählt wird, wenn man es doch sowieso anpassen kann. Jedes Mal musst du da fünf Sachen durchklicken. Einfach, um normal spielen zu können. Oh, ich habe den Perk ja gar nicht leih für das Katana. Das ist auch nicht gut. Unter denen ist das Ding ja gar nichts wert. So, erster Kompon Bounty, wetten. Es ist halt echt so. Ich meine, wie viel Pech kann man haben, dass wir die ganze Zeit als erster beim Boss sind. Ich meine, wie viel Pech kann man haben. Ach, das ist jetzt wieder hier Hundegebell-City, Alter. Ja, die Fettis können wir doch noch mit Feuer gerne machen. Haben wir aber auch wieder vergessen, mir eine Flare-Pistol mitzunehmen. Schmieke. Schmieke. Wart ihr das Pferd gerade? Hm, nee. Oder war das nur so ein Normalo-Pferd? Hört sich nach Nordwest an. Das könnte auch ein Normalo-Pferd sein. Irgendwie Ambient Sounds. Wahrscheinlich die Pferde rasten deutlich mehr aus im Analyme. Ja. Ja. Oh, okay. Nö. Hä? Okay, einer von denen hat nicht gezählt. Geil. Ja, der andere wurde, glaube ich, runterge... gemiedit. Nee, du hast doch eben auch noch einen mit Feuer gekillt und die Runde davor haben wir auch schon einen mit Feuer gekillt. Wir müssten bei drei sein. Miese Beschiss. Da hat der nicht gezählt, der jetzt gerade durchs Feuer gelaufen ist. Aber normalerweise zählen die schon. Oh, hier ist eine Kasse. Ja, wenn wir so wenig Geld haben... Geht's jetzt nicht als Pech sehen, als erstes beim Boss zu sein. Geht ihn doch und geht zum nächsten. Nee, du hast unser Problem nicht verstanden. Wahrscheinlich, weil du noch nicht so lange zuguckst, aber... Das Problem ist, dass wir andauernd als erstes in den Boss reinrennen, den Boss machen und kein Arsch da hinkommt und wir dann einfach super langweilig da rumstehen und warten, dass der Boss gemanaged wird, nur um dann keinen Fight zu haben. Das passiert leider viel zu oft. Das passiert leider viel zu oft. Also irgendwann nervt's dann halt, wenn das immer wieder passiert. Dann wird's halt einfach nicht mehr am Boss sein. Oh, da sieht sich irgendwer. Alter, das hört sich an nach Krieg. Da ist die Scheiß-Ecke. Sumpfgebiet! Da ist auch noch ne Lunchbox. Da ist die Scheiß-Ecke. Da ist die Scheiß-Ecke. Da ist die Scheiß-Ecke. Da ist die Scheiß-Ecke. Scheiß drauf, bevor ich jetzt gleich in der nächstbesten Situation umgemädert werde, ey. Dann habe ich euch schon verstanden, deswegen soll ich einfach killen, banishen, weitermachen, nicht am Bosscampen. Ja, aber trotzdem würden wir den langweiligen Bossfight machen, der keinen Spaß macht. Also das, was wir am wenigsten machen wollen, müssten wir dann trotzdem machen. Was wir wollen ist, den Boss machen, damit man einen Fight hat. Aber es gibt nie Fights, also wollen wir den Boss auch nicht machen. Also theoretisch müssten wir so spielen wie alle anderen, aber dann fällt es einem schwierig, sich über die Situation zu beschweren, wenn man selber nicht besser ist. Also wenn man selber zu dem Problem noch beiträgt, das ist die Misere dabei. Man will es vernünftig spielen, aber es fühlt sich nicht belohnend an. Und das ist so schade. Und das ist auch so schade, dass es immer so unterschiedlich ist. An manchen Abenden ist das richtig geil, eine richtige Sause und heute ist halt so nicht so geil. Beim nächsten lauft ihr Spiel an, wenn man will ich... Nee, auch nicht. Ist auch so dumm, dass man das sehen kann. Auch nicht unbedingt. Wenn es so einfach wäre. Kein Schwein interessiert sich für die Bounties. Übrigens haben wir sowieso Single-Boss, von daher geht das eh nicht, aber... Der schießt da 80 Kilometer hinter uns. Was ist da? Die führen da irgendeinen Krieg. Spawnfight wahrscheinlich. Die haben wahrscheinlich geguckt, wo sie am weitesten weg von der Bounty sind und haben sie angefangen, in die Luft zu schießen. Ich finde es so weird, wie unterschiedlich das ist. Man hat Abende, da geht das voll ab und dann hast du sowas hier. Also es ist wirklich so. Früher hast du gedacht so, ja, mal eine gute Runde, mal eine schlechte Runde. Jetzt hast du mal einen guten Abend und einen schlechten Abend. Selten, dass es so normal durchwachsen ist. Eine schlechte Woche. Ja, keine Ahnung. Tja, sollten sie sich wirklich was überlegen. Ich glaube, sonst wird das auch dem letzten Dulli irgendwann langweilig. Also da ich es nicht so oft spiele, habe ich das auch nicht so das Problem, aber... Ja. Ich habe Bock, das eigentlich mehr zu spielen. Aber so halt nicht unbedingt. Nee, ist keiner. Ich fasse es nicht. Alter, wir sind diagonal gegenüber gespawnt. Sind trotzdem die einzigen. Das kann nicht wahr sein. Dienstags machen viele ihre Questline für die Woche fertig und spielen extrem passiv, weil sie Waffen haben, die sie eigentlich nicht wollen. Könnte natürlich sein, ja. Dass viele so einen super passiven Dulli-Modus spielen. Das ist ja auch wieder ein Dev-Problem. Dann haben die Devs das einfach scheiße geplant. Ja, voll. Also, ich will diese Challenges zum Beispiel gar nicht machen. Ich gucke das gar nicht. Und ich glaube, es gibt viele Spieler, denen es genauso geht. Warum ist man dann gezwungen, das entweder mitzumachen oder unterliegt dieser Kreise? Das ist einfach nicht gut gemacht. Nicht gut überlegt. Das ist irgendwie sauer. Na, wir fühlen sich das dann permanent abgestochen zu werden, die Asi, Alter. Macht echt kein Damage, ne? Krass. Für das RK geht's einigermaßen, aber... Naja. Ja, der PvE-Part ist schon echt nice und motivierend. Also, es ist mir einfach Spaß, die Bossen zu killen, muss man sagen. Also, das ist auch echt ein Highlight für mich. Ich frage mich, warum das so wenig Leute machen wollen. Ja, und jetzt müssen wir nochmal das Punishment, dass wir Pech hatten, weit weg vom Boss gespawned sind. Und jetzt nochmal doppeltes Punishment, dass hier kein Exit ist. Dass wir auch geil überall wollen. Spielt Solo oder Duo und die Spieleranzahl ist perfekt. So ist die Natur der Teamaufstellung in Hand. Ja, aber wenn wir nun mal drei Leute sind. Und wenn man halt nun mal auch gerne lieber gegen Dreierteams spielen möchte. Zumindest theoretisch. Also, das ist doch trotzdem kritikwürdig. Worum geht's in dem Spiel? Das ist die große Frage, die sich viele stellen, die hier auf der Map gerade rumlaufen scheinbar. Also, auf jeden Fall nicht, um gegenseitig abschießen. Nee. Ein Trower-Spiel. Ja, aber dann muss man das halt ändern. Dann kann man halt als Solo nicht mehr in Trios matchen. Ist dann halt so. Wenn das dem Spiel nicht gut tut, wenn dieses Spiel nicht funktioniert, dann kann man das halt so nicht mehr machen. Dann gibt's halt nur Trios. Dann können halt nur Dreierteams im Trio matchen. Fertig. Man muss doch nicht als Solo-Trio spielen. Ich meine, ja, ich mache das auch gerne. Oder beziehungsweise, wir haben auch zu zweit immer lieber in Trios gespielt. Aber es muss ja nicht so sein. Also, wenn es nicht funktioniert und das Spiel dadurch schlechter und langweiliger wird, dann könnte man das ja ändern. Es ist ja nicht so, als könnte man das nicht ändern. Oder? Also, ist ja durchaus die Frage. Also, ist schön, dass du immer erklärst, was das Problem mit verursacht. Aber das ändert ja nichts daran, dass das Problem da ist. Also, muss man's wegmachen. Das klingt so, als ob du sagst, naja, ist halt so. Aber, ja, das ist uns klar, dass es so ist. Deswegen kritisieren wir das, weil das ja scheiße ist. Und langweilig. Und ja, klar, es gibt auch so Runden, da bist du komplett gefickt, weil zu viele Leute auf einem Haufen knubbeln. Aber auch da kann man ja was machen. Die Spawns müssen vernünftiger, da muss ein besserer Algorithmus rein, dass die Teams vernünftig verteilt sind. Und der Boss ist irgendwo möglichst weit von allen weg. Und der Scheiß gebanished ist. Ein großer Spaß. Und niemand ist hier. Das hätt ich dir auch sagen können, ohne zu gucken, Alter. Und natürlich ist der Exit auch schön am anderen Ende der Map, Alter. Geil. So, eine richtig schöne, belohnende PvE-Runde, Alter, wo du 80 Jahre rumläufst und nicht einen einzigen Fight hast. Mega. Das ist halt wirklich einfach. Also wenn man sich das anguckt, dann kannst du einfach nur sagen, das Spiel ist zumindest nicht so, wie sie es mal geplant hatten. Funktioniert es einfach nicht. Es geht einfach nicht auf. Funktioniert einfach nicht mehr. Die Leute machen das einfach nicht richtig mit. Die haben ja nicht mal irgendwie irgendein Incentive, was einen dazu motiviert, diese Bounty zu holen. Wenn die jetzt zum Beispiel sagen würden, okay, wir haben hier Ranked Matchmaking und für Ranked ist die höchste Punktzahl ein Double Extract. Und Kills sind halt in Summe deutlich weniger wert. Oder halt in Verbindung mit Bounty mehr wert. Ja, verschiedene Konstellationen, wie man das halt werten kann. Kills mit oder gegen Bounty sind halt doppelt so viel wert. Der PvE-Kill von diesem scheiß Boss ist halt viel wert. Die Clues sind viel wert. Alles, was die Leute halt zusammentreibt und irgendwie das Spiel an sich fördert. Ja, und der eigentliche Kill bringt fast gar nichts. Wenn du nur Kills machst, gehst du miese raus, so ungefähr. Und das ist alles kein Hexenwerk. Und wenn ich mir diese Ideen innerhalb von fünf Minuten aus dem Arsch ziehen kann, wie schon heute, wie viele Sachen, die man hätte besser machen können, warum passiert da gar nichts? Ich verstehe es nicht. Verstehe ich auch nicht. Stritt auf der Stelle. Das Einzige, was sie machen, ist halt irgendwie diese alteingesessene, eingefurzte Drecks-Community mit irgendwelchen neuen Waffen und Munitionsarten voll zu spammen. Ja. Ja. Ja, aber so sind unsere Runden fast immer. Also auch die letzten Sessions immer. Ja. Also wie gesagt, wenn ich mit Easy zum Beispiel und Maxi spiele, da ist deutlich mehr Action. Weil wir da auch Leute dabei haben, die einfach so Dreier-Sterne-Werdung oder sowas haben oder Zweier. Das ist einfach ein komplett anderes Game. Die Leute spielen tatsächlich das so richtig. Wir haben ja jetzt nur verloren. Ja, aber wir hatten bis eben immer noch alle vier Sterne, glaube ich. Nee, ich nicht. Bin die ganze Zeit bei drei, wahrscheinlich kurz vor zwei. Okay, krass. Ja, ich schnelle es auch nicht. Also es ist so random und so unterschiedlich. Vielleicht ist das MMR an sich mit den Sternen auch gar nicht der einzige Faktor. Vielleicht ist das auch so ein Gesamt-MMR, was man gar nicht sieht. Dass die Gesamt-Performance da auch noch ein bisschen mehr mit reinspielt oder so. I don't know. Aber wir haben jetzt einfach wirklich komplett einmal Map abgelaufen hin, einmal abgelaufen zurück. Wir haben keinen einzigen Gegner gesehen. Das ist krass. Das ist ja auch nicht das erste Spiel heute. Nee. Das dritte oder sowas genau so abläuft. Ja. Und das sind die Runden, die machen so dermaßen wenig Spaß. Also da würde ich lieber Minesweeper spielen. Und das ist ein Drecksspiel. Ja. Ja. Absolut. Ich würde ein Mobile-Game gerade lieber zocken. Ehrlich gesagt. Weil es tröstet einen ja auch nichts darüber hinweg. Diese PvE-Fights gegen die Bosse, die haben ja null Dynamik oder irgendeinen Wert. Wenn das irgendwie so eine Challenge zumindest wäre, nehmen wir an, das wäre irgendwie so ein WoW-Boss-Encounter und du müsstest halt wirklich darauf achten, dass du den irgendwie überhaupt schaffst. Und es wäre rewarding, wenn man, dann sagt man sich, Alter, okay, wir haben den Boss geschafft, lass uns the fuck hier raus. Aber nein. Es fühlt sich an wie so eine scheiß Hausaufgabe. Ja. 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 Super langweilig. Super weird, glitschig. Und er bockt einfach nicht richtig. Es gibt Compounds, wo der Assassin die ganze Zeit zwischen den Ebenen wechselt, weil er nicht weiß, wo er hin soll, weil das Parthing so kaputt ist. Dann hängt er die ganze Zeit zwischen zwei oder drei Ebenen und kommt nie raus. Ich hatte mal eine tote Spinne, die einfach nicht runtergekommen ist. Die ist die ganze Zeit am Sterben gewesen in der Decke. Das war auch wild. Wie konnte man die nicht mal banischen? Die Bosse sind eine Challenge, wenn nicht Gegner daran tauschen. Ja, aber das machen sie ja nicht. Wenn sie es nicht machen, ist es mega langweilig. Also das Konzept ist halt, hat halt so viele Löcher. Und das Geile ist, ich hatte schon alle Perks, die ich brauchte. Und das hat mir jetzt nichts gebracht. Diese Upgrades sind jetzt... Ohne Interaktion denkt man halt, es ist zu einfach. Verstehe ich. Nee, du verstehst überhaupt nicht, worum es geht. Du bist in so einer Verteidigungshaltung für das Spiel gerade. Und das verstehe ich. Du magst das Spiel. Das ist okay. Aber das geht nicht um das, was du gerade denkst. Wir denken nicht, er ist zu einfach. Er ist zu langweilig. Er ist zu langweilig, wenn keiner kommt und ihn macht. Und es lohnt sich nicht, ihn zu machen. Deswegen macht ihn keiner. Wir haben das andauernd, solche PvE-Scheißrunden. Du hast es gerade live erlebt. Wir haben nicht einen Gegner gesehen. Wir sind quer über die Map zur einzigen Bounty auf der Map gelaufen. Und sind komplett wieder zurück in den Exit rein. Da läuft doch was falsch. So, und das Argument gerade war, wenn du so eine Runde hast und der Boss wenigstens spaßig zu machen wäre, fordernd wäre, ja, dann ist er halt fordernd, wenn einer reinpusht. Aber die haben ja das gleiche Problem, dass der Boss noch da ist. Dann muss man halt raus aus dem Compound. Oder halt irgendwie klarkommen. Das musst du ja jetzt auch. Die Spinne kann dich auch mit einem Fight random einfach anhacken oder so. Wie man das macht, kann man ja sehen. Aber so wie es jetzt ist, macht es halt null Bock. Und ja, dann ist er deutlich zu einfach und zu langweilig. Also, absolut. Das hat nichts damit zu tun, dass man das denkt. Es ist ein langweiliger Scheiß. Ohne PvP. So, und das ist ja das eigentliche Problem. Wäre PvP, würden die Leute um die Bounty kämpfen, wäre es okay. Machen sie aber nicht. Also, entweder so oder so. Eins von beiden halt. Das ist tatsächlich einfach schon... Ich sehe ein, dass du diese Probleme nicht hast. Ich freue mich auch. Ich würde gerne sehen, wie deine Runden ablaufen und warum. Aber bei uns ist das halt andauernd so. Leider. Das ist halt unsere Hand-Experience irgendwie. Achso, ich habe Physician und Doktor schon. Krass. Keine Dings. Ach doch, brauche ich ja gar nicht. Sorry, war ein bisschen zu langsam, aber da waren auf jeden Fall Teams. Man musste scrollen, hat man gerade kurz gesehen. Jetzt er pflückt ihn auch zu dritt. Normalerweise macht das einer und zwei andere gehen in Deckung. Hä? Was hat denn das mit der Problematik zu tun? Wieso sollen wir in Deckung gehen, wenn wir wissen, da ist kein Gegner, der kommt und uns pusht? Weil das nie passiert. Und deswegen ist er doch dann trotzdem immer noch genauso langweilig. Es dauert doch einfach nur länger. Also, ich verstehe dein Argument nicht. Es ist trotzdem ein langweiliger Bosskampf. Ob den nur einer macht oder drei, macht ihn ja nicht weniger spannend. Er ist ja noch langweiliger, wenn du ihn alleine machst. Der wird ja dadurch nicht schwerer. Einer macht den Boss und zwei holen Bierchen und Würstchen. Ja, irgendwie so. Wie gesagt, also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass du da doch ein bisschen overprotective gerade bist. Und es hat, also wir sind ja nun nicht Leute, die das erste Mal Hand spielen. Also wir spielen das ja mittlerweile relativ regelmäßig. Und sehr viele Runden sind, sehr viele Tage laufen genauso ab. Oder du wirst mitten in der Pampa einfach von irgendwem komplett überfahren, weil du nicht damit rechnest. Es ist halt einfach schade, weil das ja an sich so ein geiles Spiel ist. Aber also wenn das immer so abläuft, dann macht das halt irgendwann keinen Bock mehr. Es ist halt furzlangweilig. Ich kann da einfach dran rumspringen, die machen nix. Beastface und Berserker-Dings da packt, ist das, äh, trägt man nix mehr auf. Die Dynamik sind vollkommen anders aus mit mehreren Teams. Nein, wir haben andauernd auch volle Runden. Das hat nix mit den Teams zu tun. Wir hören es links und rechts auf der Map überall knallen, nur nie am Boss. Wir spielen keine leeren Server. Die Leute spielen einfach nur die Bounties nicht. Das sieht man doch. Also wir haben es doch auch gehört in der Runde da eben. Da war doch ein absoluter Krieg am Start. Die haben sich da komplett beböllert am anderen Ende der Map. Und selbst als wir fertig waren mit der Bounty, ist uns keiner entgegengekommen, um uns abzufangen wenigstens. Nicht mal das. Die sind einfach rausgegangen oder alle verreckt. Wo? Drüben in, äh, Cypress. Ja, da ist auch der Boss. Ja. Waren wir vorbei? Ja. Wenigstens ein bisschen Action. Ja, also so traurig das ist, eigentlich muss man es genauso spielen wie die anderen Dudes es auch machen. Einfach hören, wo es knallt und dann einfach hinlaufen. Ja. Und die, ganz ehrlich... Wenn überhaupt mal jemand schießt. Ja, gut, das stimmt. Ja, ich verstehe das auch nicht. Ich würde gerne mal so Spectator-mäßig auf unseren Lobbys mal gucken, was die Leute eigentlich treiben. Also ich kratze mir den Kopf und frage mich wirklich, was passiert. Einfach mal so in eine Runde reingehen, sterben und dann gucken. Du machst es genauso, du rennst auch zum Fall, wenn du es hörst. Achso, ja gut. Aber dann ist doch kein Wunder, dass du das Problem nicht hast. Oh. Ich kriege das. Direkt? Ja, na klar. Ey, also, es ist ja wirklich ein Joke. Das war jetzt wirklich peinlich. Und die sitzen und aimen den Spot defensiv ab. Okay, Alter. Der hat mir richtig gegönnt. Das ist nicht wahr. Das ist jetzt natürlich... Oh nein, schau mir, bitte nicht. Oh Gott. Warum kratzt du mich denn da so direkt auf, Mann? Die aimen defensiv den Compound ab. Das ist einfach nur geil. Das ist natürlich wieder klar. Oh, da kommt der andere von links. Cooles Spiel. Da war ja nicht mal irgendwas. Das ist einfach nur ein Haus. Ich war übrigens gemutet. Tolle Runde. Ja. Großer Spaß. Irgendwann haben wir mal unsere Hunter verloren. Oh Mann, Alter. Oh Mann, Alter. Oh. Also, es ist halt Kritik am Spiel. Es ist nicht Kritik an Spielern oder an euch, wenn ihr das Spiel mögt. So, jetzt bin ich auf drei Sterne Runde. Jetzt können wir vielleicht mal... Können wir jetzt mal eine Runde haben. Ach ja. Ich finde auch Levering für vier Punkte ist einfach viel zu billig. Ja. Ja. Aber... Nach Sinn muss man hier nicht mehr suchen. Nee. Nee. Io. Nee. Mhm. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist halt, ne, jedermann wie er es will. Vielen Dank. Also dieses Alleinstellungsmerkmal ist der große Punkt, warum das einige noch spielen, denke ich. Aber trotzdem ist es ja auch gar nicht mehr so unique wie früher. Es mutiert ja immer mehr zu so einem Spam-Game. Leider, Stück für Stück. Vergleich das mal mit Hand so die ersten ein, zwei Jahre. Wie geil die Fights waren, wie motivierend das Gunplay war, wie belohnt das war, ein Gunfight zu gewinnen. Die meiste Zeit, wenn du jetzt jemanden erwischt, fühlt es sich längst nicht mehr so belohnend an. Selbst wenn du gewinnst, fühlt es sich nicht mehr so belohnend an. Aber in erster Linie willst du halt einfach eigentlich viel mehr kämpfen, wenn das Kämpfen gut ist. Und nicht weniger. Es ist halt alles irgendwie so weird. Also wie gesagt, es ist ja trotzdem noch ein gutes Spiel. Ich verstehe, wenn Leute das spielen und das mögen und so ist auch alles cool. Und wenn die Runden bei den Leuten anders aussehen, ist das ja auch super. Aber wenn ich dann höre so, ja, nö, bla, hier, das liegt, ne, irgendwelche Bossmechaniken. Und dann aber rauskommt, ja, ich spiele genauso wie das, was ihr gerade kritisiert. Ja gut, dann ist das logisch. Und es ist ja auch okay. Also, ne, das Spiel ist ja schuld, dass das mehr belohnt wird, so zu spielen. Genau das ist ja die Kritik. Es wäre halt schön, wenn die Leute quasi nicht drum rum kommen würden, um die Bounty zu kämpfen. Dann wäre es auch nicht schlimm, wenn die so eine Bananenmechanik ist. Oder man macht den Boss halt super schwer und belohnt und es ist halt optional. Man braucht ihn nicht. Wer? Wie verarscht man das? Hä? Okay, weird. Ich dachte, rausziehen macht genug Damage. Oh, hier ist ne Kasse. Geil, Geld. Da habe ich einen Riesenmangel. Endlich Geld. Haben wir zu wenig von. Oh. Wie musst du dich reagiert? Hier ist ein Zettel. Fuck, ey. I don't know. Fuck, der Kroko. Der ist irgendwo im Nordwesten. Also bei uns haben die Fights früher nicht lange gedauert. Wenn man confident genug war, die Leute zu pushen, dann haben die Fights nicht lange gedauert. Wenn man natürlich gespielt hat wie so ein fucking Igel, dann haben die lange gedauert. Also das ist ja auch alles in Ordnung gewesen. Der Spielstil war ja so oder so in Ordnung. Manche haben passiv gespielt, manche haben eher gepusht und eher aggressiv gespielt. Beides war möglich. Jetzt sitzen die Leute entweder mit Igeln in der Bounty oder ballern halt am Rand der Map rum, wo gar nichts ist. Du hörst keinen Schuss. Irgendwo. Jetzt gerade. Wir können nicht wissen, wie viele Solos immer in den Runden drin sind, die halt genau das machen. Einfach nur auf Kills reingehen. Ich finde, da zum Beispiel sollte man ansetzen. Trios nur noch drei Leute. Gar nicht Duos und Solos. Gar nicht möglich machen. Einfach Trios sind Trios. Gut ist. Wahrscheinlich hast du damit schon einen großen Teil der Langeweile eliminiert. Und dann kommen alle Solospieler, die gerne in Trios matchen und sagen, ich will aber... Verstehe ich auch, aber wie gesagt, wenn es nicht funktioniert für die Trios, also für drei... Wenn die Dreiergruppen keinen Spaß in Trios haben können, dann müssen die Solos halt Solos spielen. Dann muss man für die halt einen Motor einbauen. Oder die müssen halt in Duos spielen. Wie auch immer. Keine Ahnung. Irgendwas kann man da auf jeden Fall besser machen. Also einiges kann man da besser machen, würde ich sagen. Das Spiel ist eigentlich auch für Trios gemacht, würde ich sagen. Also gut, vielleicht ist es auch für Duos gemacht. Ich will nicht. Oh, Clou brummt. Moment, es macht andersrum, es dürfte sich aber auch keinen Sinn. Es spielt sich am besten als Solo oder Duo. Oder im Wald. Warum? Hey, warum sollte es sich als Trio nicht gut spielen? Der Grund, warum es sich als Trio nicht gut spielt, ist, dass Solos und Duos mit reinmatchen in Trios, oder nicht? Wieso sollte das denn auf einmal nicht mehr möglich sein? So ein Quatsch mit Soße. Ja, natürlich. Und One-Shot. Was auch sonst. Sitzt Dein Genauer im Busch. Alter, dieser Aim-Punch ist so krass. Ich treff nix. Ich hab nix getroffen. Scheiße. Hey, Eddie. Oh Gott. Dieser Kack-Ton-Bees. Oh mein Gott. Schade. Ah, schade. Okay. 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 Und natürlich wieder Bluetooth. Ich weiß nicht. Ich find auch, man muss gar nicht so ne Sniper in diesem Game haben. Ich find die völlig unnötig. Ich finde, die passen überhaupt nicht in das Spiel rein. Das ist einfach meine Meinung dazu. Ich finde, das Spiel wär viel besser ohne irgendwelche Leute, die im Gebüsch sitzen und snipen. Das, keine Ahnung. Ja, theoretisch kann das gut funktionieren, wenn ein Sniper im Team ist, der den Leuten Deckung gibt. Aber so wird's ja nicht gespielt. Das ist immer das Problem mit theoretisch guten Mechaniken. Man kann immer ein Szenario finden, in dem das gut ist. Und die 10.000 Szenarien, in denen's kack ist, ignorieren. Ist interessant, sich darüber Gedanken zu machen. Und wie gesagt, das ist auch nichts, was jetzt, ne? Also, man kann das trotzdem spielen. Das ist ein gutes Spiel. Ich mag auch Hand. Aber die müssen meiner Meinung nach echt was machen. Und so ein Abend wie heute, wo du dann von 4 Sternen knapp vor 5 irgendwie wieder auf 3 runter bist und trotzdem willst irgendwie nicht so richtig losgehen. Keine Ahnung. Ich mein, klar, ne? Wir sind natürlich bestimmt auch ein bisschen demotiviert und so jetzt. Aber nichtsdestotrotz, ähm, es war halt so viel, wenn du immer 3 langweilige Runden hast und dann auf einmal in einer wieder was passiert, das ist zu lang zwischen der Action. Und dann unter und auf einmal in einer wieder was passiert. Und dann unter und dann in einer wieder was passiert. Wir haben Aber wieso hat man wenige Interaktionen, wenn es ja die gleiche Anzahl von Spielern und es gibt doch trotzdem auch nur ein Objective Also kommen wir doch wieder zum Kernproblem Die Leute werden nicht zu einem Point of Interest zusammengezogen, wo der Kampf unvermeidbar wird Im Grunde ist der Boss, doch das, was in einem Battle Royale die Zone ist Ich hab total beschissene Waffen für meinen Loadout hier Ich kann's nicht mehr abbrechen Also sind wir doch wieder bei der Urkritik Dass das Grundprinzip nicht aufgeht Die Leute kämpfen irgendwo am Arsch der Welt um nix und am Boss ist nix los Es lohnt sich nicht den Boss zu fokussieren Das Spiel müsste eigentlich so sein, dass du einen Kampf lieber vermeidest, um erstmal zum Boss zu kommen Damit die Leute an einem Punkt fighten oder zumindest zusammengezogen werden. Wie gesagt, der Boss ist das Äquivalent zur Zone im Battle Royale So ist das gedacht gewesen von Anfang an Weil es ist ein Battle Royale ohne ein Battle Royale zu sein Du kannst mit mehreren Leuten raus Es stirbt nicht auf jeden Fall und es muss nicht auf jeden Fall nur noch ein Team überleben Aber sie versuchen halt die Leute zusammenzuziehen Und das ist mit einer Belohnung durch ein PvE Event eigentlich gedacht gewesen Und so wird's fast nicht mehr gespielt Und wenn dann in hohen Elos halt wirklich nur noch auf absoluter Zeltmeter Mit tausend Fallen Es gibt mehrere Bosse auch an Wild Target was nicht angezeigt wird ohne Klo Du meinst den ekelhaften Alligator der super langweilig noch zu kehlen ist der noch ekelhafter zu spielen ist Ja Den machen wir nie weil der noch langweiliger ist und da geht auch keiner hin Also auch da Du ignorierst weiterhin einfach das Kernproblem Selbst wenn da 10 Bosse auf der Map wären wäre das das gleiche Problem Wenn sie keiner machen will Damit steht und fällt das ganze Spielprinzip eigentlich Was ist denn hier los, Alter? Fuckin' Sendelparade Okay 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 Wenn sich zwei Teams immer festhangen, sind nur noch zwei Teams übrig. Ja, wie gesagt, weil die Leute lieber einfach den Fight direkt nehmen, anstatt zum Objective zu gehen. Für mich steht und fällt es einfach damit. Und entweder du machst die Bounty quasi ein Must-Have-Objective, also dass du es machen musst oder willst. Oder du brauchst mehr Teams oder es kannst halt keine Trios anbieten. Aber so wie es jetzt ist, funktioniert es ja halt einfach nicht. Also Trio ist halt wirklich übertrieben langweilig oft. Ja, die Bossen müssen interessanter sein und vor allen Dingen müssen sie mehr belohnend sein, in irgendeiner Art und Weise. Kannst du mir nicht erzählen, dass man das nicht hinkriegt? Also, wir haben ja heute schon ein paar Ideen gehabt, die man probieren könnte und zwar nicht zu wenig. Und wir sind jetzt nicht irgendwelche Leute, die jetzt sich darüber den ganzen Tag Gedanken machen, wie irgendwelche Devs das tun sollten. Und ich kenne eine Menge Leute, die das nicht mehr spielen, weil sie sagen, es ist uninteressant geworden. Und das ist doch schade, bei so einem schönen Spiel eigentlich. Na, dann muss ich wohl mal Duos spielen. Ja, ich bin auch schon ein Concierge in Star Citizen, also. Ist auch so ein Passionsprojekt irgendwie. Da kommen jetzt aber auch echt ein paar Sahnemäßige Patches. Die haben jetzt Server-Mission getestet, hast du das mitgekriegt? 400 Leute auf einem Server und so. Das ist schon nice. Die Stimmung ist auch echt im Keller, oder? Ein bisschen. Es war auch keine einzige geile Runde heute, ne? Ja, wobei wir hatten einmal die Double-Bounty-Runde, aber ja. Ja, aber auch die war ja nicht richtig geil, oder? Oder habe ich das noch vergessen? Also dreieinhalb Stunden und keine, an die man sich wirklich erinnert, so. Die Double-Bounty-Runde war wenigstens die, wo ein bisschen was passiert ist und ein ordentlicher Fight war. Aber da haben wir doch die erste Bounty komplett alleine gemacht und bei der zweiten haben wir dann ein Team gekillt. Ja, genau. So ein Server-Wipe mit Double-Bounty, das ist geil. Ja, da, da sowas ist wirklich nice. Aber das hatten wir halt zum Baby gar nicht. Okay, Los, danke für den Sub, herzlich willkommen. Und da schießt ja eine Dolch rum. Mhm. Was auch sonst? Wahrscheinlich auch mit FMJ. Schade, Alter. Gork hat mich gefragt, ob wir heute ballern wollen. Der hatte einfach Bock, Feierabend zu ballern und dann hat er so eine Kackrunde hier. Mich stört es nicht mal doll. Ich hab ja immerhin euch und Stream und im Zweifel kann ich es immer noch als Arbeit in Anführungszeichen abhaken. So. Ich hab was getan. Aber, ähm, also ich hab euch unterhalten. Hoffentlich zumindest. Aber für Gorksch ist es natürlich komplette Scheiße. Der sitzt hier in seiner Freizeit und gönnt sich seine absoluten Schimmelrunden. Ich mein, wir haben auch nur Scheiße gekämpft, ne? Also wir haben auch viele Fights versemmelt irgendwie. Und, äh, ich hab auch also oft einfach nur den ersten Schuss getroffen. Aber trotzdem. Waren manche Runden einfach langweilig. Ich hätte lieber mehr Fights, wo ich aufs Maul krieg, als so eine scheiß langweiligen Kackrunde, wo ich eigentlich nur den Boss mach. Man hört echt deine Maus über's Discord, glaub ich. Geil. Immer so ein Plinggeräusch. Und Falten gegen den Boss. 400 Zahlen von gestern. 800 wurden schon getestet. Ja, aber 800 lief nicht. 400 ging. 800 war unspielbar. Nee, ich hab das mit 800 schon gesehen. Brauchst nicht so klug scheißern. Mich interessiert, was funktioniert hat und was nicht. Da hätten sie genauso gut 1000 Server ausprobieren können. Das hat auch nicht funktioniert. Natürlich sitzt hier einer völlig random draußen. Ach, das ist so ein Schmutzspiel, wirklich. Hast du was zum Löschen? Ich hab nix. Ja, ist der hier hinter. Schön. Löschst du ihn? Da ist noch einer Richtung die Ecke. Hab's. Ja, natürlich wird hier reingespampt. Was für ein Wichser. Du hörst nur Piu, 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 Alter. Ja, bei mir. Ja, komm ey. Ja, ich hab ihn. Ja, ich hab ihn. Ah, noch einer. Wie viele denn, hä? Was ist hier los? Ja, das ist wirklich... Das war... Was ist denn jetzt? Ich reinstalliere das Spiel und wenn ein neues Update kommt, dann gucken wir es nochmal an. Also das ist wirklich das allerletzte. Komm mal, das war durch der Kopf. Du kam in der Hip für den Raid. Komm ja, die kacke Ege. Was ist das denn jetzt hier denn für eine Scheiße, Alter? Komm zum kacken Käfer. Ah, ah. Das ist nervig. Das ist jetzt auch richtig an, Lucky, Alter. Ja, liegt er da mit dem Käfer rum. Ach, häng ich hier am Verkaste. Und dann ist da noch einer. Ja, aber gut, Kriegsane, wenn du es so spielst, ist ja auch kein Wunder, dass dich das alles nicht so stört, was wir da sagen. Das verstehe ich auch nicht. Wie ist sowas möglich? Das war kacke. Aber wir haben ein paar Leute in die Gegend. Ich hab so viele Leute gerade. Mit der Schrotz weggemacht. Fass ich ja wohl nicht. Ja, das war mein letztes Handgame in langer Zeit erst mal. Kann ich verstehen. Das war aber auch wirklich. Also heute war aber auch wirklich räudig im Quadrat. Hä, was? Ich hab niemanden gekillt? Das stimmt doch gar nicht. Ich hab alle drei angeblich gekillt. Na gut, dann hab ich die ersten. Die ersten beiden hab ich auf jeden Fall. Ja, vielleicht hab ich denen nur den ersten Shot gegeben. Aber ich hätte gedacht, ich hab da was gekillt. Ja doch, ich hab einen Hitmarker mit der Sparks bekommen, als ich sie dort Mili aus der Hüfte abgeschossen hab. Nee, läuft gar nicht. Heute war es so langweilig. Also heute ging wirklich gar nichts. Ich bin jetzt auch wieder ein Stern runter. Aber, also keine Ahnung. Es war der Wurm drin, es war langweilig. Und weird. Also rein vom Spielen. Grauenhaft. Nö, warum soll Star Citizen auch fertig werden? Muss ja nicht fertig werden. Also, natürlich sollte es mal einen Release geben. Ne? Dass man sagt, okay, also ab jetzt kommt nur noch neuer Content, neue Features rein. Die Basis steht. Das müssen sie hinkriegen. Aber warum? Also die Leute denken immer, das wird irgendwann mal fertig. Der WoW wird auch nicht fertig. Und das ist auch gut so. Welches MMO wird denn fertig? Niemand will, dass ein MMO fertig wird. Hab ich noch nie gehört, dass alle sagt, hoffentlich wird mein MMO mal fertig. Das ist das, was ich immer so witzig finde bei diesem Star Citizen-Argiment. Die Leute haben nicht beschwert, dass das ein MMO ist. Jo, danke. Schade, dass das jetzt für dich heute nicht so geil war. Scheißegal. 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 Pulzenwerfer. Oh, Necromant. Das klingt irgendwie krokant. Hä? Okay, kann den einen Perk nicht rausnehmen. Interessant. Du darfst den Nekromant nicht wegmachen. Wild. Den Nekromant wollte ich nicht wegmachen. Ich wollte den ersten Perk wegmachen. Das ging aber auch nicht. Der Bolzenwerfer. Super strange. Wild. Mach mal Duos. Soll angeblich tausendmal besser sein. Mh. Mh. Es sind auf jeden Fall mehr Fights. Mh. 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 angenehmer. Da musstest du nicht, ja, wenn du die Event schnell durchmachen wolltest, gucken, was nimmst du für Waffen mit. Sondern da konntest du einfach Event spielen und ja, das war's. Du musstest nur halt gucken, dass du die Event-Punkte aus der Runde mitnimmst. Na. Ich denke, der Sinn der Challenges ist, war jetzt nur mal die Waffen zu pushen. Was, der Sinn ist, ist scheißegal. Wir diskutieren den Effekt, nicht den Sinn. Da ist schon klar, dass das die Idee dahinter ist, aber die beste Idee bringt nix, wenn die nicht funktioniert. Siehst ja, was passiert, wenn die Leute aus ihrer Komfortzone gezwungen werden. Spielt keiner mehr vernünftig. Auch etwas, was man schon mit tausend anderen Sachen lösen könnte, indem man das Spiel einfach nicht zugänglicher macht, sondern dass man den Leuten den Zugang erleichtert. Es muss einfacher sein, reinzukommen, aber trotzdem genauso schwer zu meistern. Dann hast du ein gutes Game. Das geht für alle erfolgreichen Games. Scheiß Perk wieder nicht, ne? Stimmt. Das war's. Super. Catchmark Sachen. great stuff jetzt gehen sie jetzt nur eine trierunde ne wieso hat das doch geändert oder nicht was auch du hast gemacht oder nicht ich weiß es nicht hab nicht darauf geachtet aber okay gut dann hast du es verkackt hatte ich dir aber eigentlich gesagt ja so du es anmelden sollst ich meine du hast sogar ja gesagt aber vielleicht aber ich hätte gesagt wurde das mitgekriegt ja dann nächste runde ja schön dass der chat aufpasst dann bist du es unbalanced keine ahnung wegen den neuen waffen ich finde man konnte alles spielen was man will konnte man gut durch ich habe keine ahnung wovon du redest gerade ehrlich gesagt also das game ist unbalanced af davon mal abgesehen es gibt durchaus waffen die einfach tausendmal besser sind als andere also wo man länge lange nicht so viel aim oder skill brauche um kill zu kriegen das ist ja nicht skill basiert nur weil es manche also nur weil gute spieler mit allen möglichen waffen klarkommen ist ja nicht skill basiert aber darum ging es ja auch gerade gar nicht also es war ja gar nicht ich habe ja nichts es ging ja nicht um die waffen balance gerade keine ahnung auf was das jetzt abzielt auf welches argument gerade aber wir gehen jetzt einfach in den nächstbesten fight rein wird wir hier mal raus kommen alter wow wir gehen 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 wir Oh, da sind Schüsse. Da gehen wir hin. Jo. Ach, das ging gar nicht an mich. Alles klar, mein Fehler. Ich dachte schon gerade so, hä, okay, ja, gut. Also das ist eine gänzlich andere Diskussion. Aber ich finde die Balance in dem Game mittlerweile auch eine Katastrophe. Also auch diese ganze Special Moon und so. Also die hat jetzt fast keine Nachteile irgendwie. Keine Ahnung, ist alles so... Dann könnte man die Special Moon besser ins Game integrieren. Dass jeder, also dass jede Waffe eine Special Moon hat. Und du dir einfach aussuchst, welche. Dass darüber die Balance kommt. Und dass man das dann so entsprechend anpasst. Dass auf der Basis basiert, dass die jeder einfach sowieso hat. Und der eine mag lieber welche, die... Das eine macht und mehr das andere. Ich finde zum Beispiel auch, also diese Blutungsmonie ist nicht so der Burner. Für so ein Game. Blutung ist einfach eine völlig nervige Mechanik auch. In so einem Game. Ist mir zu RPG mäßig. Der lebt noch. Tja, wo waren die Pestflitschen jetzt, Alter? Ich habe gerade schon nämlich gedacht, Alter. Das ist ja völlig das Gleiche jetzt. Aber ja, ist ja kein Wunder dann. Nee, das ist nicht langsam und taktisch, wenn du eine Waffe hörst, bei der du weißt, okay, gegen die habe ich keine Chance. Und dann vermeidest du den Kampf. Was soll denn daran taktisch sein? Das bedeutet einfach nur, dass das Game eine scheiß Balance hat. Wenn du freiwillig in einem PvP-Game nicht kämpfst, weil du weißt, die andere Waffe ist zu strong? Hm. Keine Ahnung. Vielleicht unsinnig in dem Shooter. Was soll das? In dem Shooter sollte doch jede Waffe was taugen. Für irgendeinen Spielstil. Und ja, du wirst es nie perfekt balancen können. Aber also das finde ich jetzt, weiß ich nicht, das macht es für mich nicht taktisch und cool. Oder es sterben Leute. Jupp. Das ist eine fucking Wunde. Da hinten. Hier ist einer drin. Oh lol. Ja, und One Shot. Natürlich. Fucking Romero, ey. Oh. Null. Das ist auch nichts Schlimmes, wenn wir die Duos ausprobieren. Ah, ich verblüte. Man pusht ja auch nicht gegen eine Shotgun. Ja, aber das ist doch was völlig anderes. Das hat ja nichts... Also, da kannst du natürlich aber trotzdem irgendwie anders approachen. Aber was du gerade gesagt hast, ist ja, ah, ich erkenne am Klang der Waffe. Der hat eine Waffe, gegen die habe ich keine Chance. Also kämpfe ich gar nicht erst. Mit einer Shotgun hast du schon die Möglichkeit, erstmal ranzukommen. Taktisch. Das ist taktisch. Richtig. Aber zu sagen, da kann ich nichts machen, ist eigentlich taktisch. Das ist scheiße. Das ist einfach meine Meinung zu solchen Mechaniken. Das ist kein Pen and Paper. Das ist ein verdammtes Shooter-Game. Das ist ein verdammtes Shooter-Game. Na, ich habe den ersten Satz von dir nicht gelesen. Du hast gesagt, nicht wegrennen, Schwanz anziehen, sondern bessere Positionen mit dem Loader King, das gegnerisch zu bringen. Es gibt ja nun mal einfach Waffen, die besser sind. Das wurde doch gerade schon auch danach gesagt. Wenn ich eine Dolch habe und einen Mosin, dann viel Spaß. Die sind doch einfach besser, die Waffen dann. Es gibt einfach Waffen, die sind besser. Und es gibt vor allem auch Waffen, die sind random. Duel Pistols zum Beispiel. Manche kommen um die Ecke. One-Shot nicht einfach mit dem ersten Schuss. Man kann nicht zielen mit Duel Pistols. Es geht nicht. Es ist random. Du kriegst einen random Headshot. Wo ist da der Skill? Da kannst du nicht drum herum spielen. Das ist einfach Lack. Sollte Lack in so einem Shooter ein Faktor sein? Auf jeden Fall nicht in dem Maße, finde ich. Wenn du eine Waffe hast, mit der du diese extra Millisekunde brauchst, um einen gezielten Headshot zu machen, und der andere kommt um die Ecke und ballert dir einen One-Shot rein, den er nicht geplant hat, wo er nichts für getan hat, außer reinzusprayen, genauso wie mit Fanning, meiner Meinung nach einfach nicht gut gebalanced. Das war früher halt deutlich angenehmer. Früher kam es wirklich auf den einen guten Schuss an. Und jetzt haben sie so das alte Prinzip, aber da drüber haben sie tausend komische Waffen noch draufgepackt. Und Mechaniken, die nicht zu diesem alten Prinzip passen. Also ja, was du sagst, geht schon. Aber halt nicht immer und mit allen Waffen. Und in allen Situationen mit allen Gegnern. Also es gibt, klar, das Argument kann man bringen, aber es gilt nicht universell. Und das ist doch das. Es geht doch nicht darum, wo es funktioniert. Es geht darum, wo es nicht funktioniert. Das ist doch das Wichtige. Sehr schön, dass man es in manchen Situationen durchaus vernünftig nutzen kann, das Wissen, was man hat. Aber das ist ja leider nicht immer so. Ach so, jetzt habe ich hier auch noch... Warte mal, wenn ich den Bullet Grubber eintausche... habe ich jede Menge Points. Nee, der gibt nur drei? Kostet Bullet Grubber nicht viel mehr? Weird. Den kann ich auch wieder nicht rausnehmen. Strange. Ähm, was wollte ich jetzt? Irgendwas anderes auf jeden Fall. Levering. Dass das auf Deutsch ist, triggert mich übertrieben. Mal gucken, ob das jetzt besser ist. So, jetzt haben wir endlich Duos. Gucken wir mal, ob das jetzt so super gut ist. Die Dolch-Kits du easy mit deiner Billig-Romero? Ja, wenn eine andere AFK ist, oder was? Was redest du denn? Es gibt mittlerweile eine Dolch mit einem Scope drauf. Also, sorry, aber... Du killst eine AFK mit einer Gun-Pistole. Also, ihr redet von Situationen, wo ihr das mal geschafft habt, als würde es nicht bei gleichem Skill unfair sein. Einen gleich guten Spieler mit einer besseren Waffe killst du nicht. Erzählt mir doch keine Märchen. Mal ganz davon ab, dass die AFK doch eine Lappenwaffe ist. Davon abgesehen. Natürlich gibt es Leute, die die Waffe... Die meisten, die schlecht spielen, benutzen solche Waffen. Natürlich killt ihr die dann auch mal. Was meinst du, wie viele Leute wir mit der Dolch gekillt haben? Deswegen ist das trotzdem schlecht gebalanced. Nur weil man das selber schafft, heißt das nicht, dass das gut gebalanced ist. Das müssen ganz viele Leute mal verstehen. Die eigene Erfahrung spielt nicht das gesamte Balancing von einem Spiel wieder. Er muss ein Headshot landen, du bei Closen und Buddyshot. Compound Fight vorausgesetzt. Ja, also hast du dir schön die Bedingungen zurechtgelegt, in der das geht. Ja, in der Situation ist deine Waffe im Vorteil. Das ist richtig. Aber auch nur in dieser einen Situation im Close Quarters. Danach, für alles andere kannst du die knicken. In jedem anderen Fight ist er mit der Dolch besser bedient als du. Wahrscheinlich. In den meisten jedenfalls. Man kann nicht immer nur ein so ein Premium-Argument nehmen und daraus dann... Wie gesagt, man kann eine Situation finden, in der etwas funktioniert. Und 500 ignorieren, in der es nicht funktioniert. Und genau das ist das, was ich den ganzen Abend irgendwie von einigen Leuten hier lese. Sie finden eine Situation, in der es gut ist. Also ist das ganze Schlechte, was daraus resultiert, einfach nicht existent. So hört sich das manchmal an. Und das ist einfach, finde ich, falsch. Einfach eine falsche Einschätzung, meiner Meinung nach. Natürlich ist eine Romero besser als eine Dolch im Close Combat. Digga, die Romero ist eine Close Quarters-Waffe. Wie gesagt, du nimmst die eine Situation, in der du im Vorteil bist und sagst, dadurch ist das Game gebalanced. Das ist ein komischer Approach. Ich hoffe, die meisten Game-Devs designen ihre Games nicht nach der Logik. Ostern 92. Habe ich mal irgendeinen mit einem abgebrochenen Mistelzweig erstochen. Deswegen braucht man auch nicht mehr zum Spielen. Ja, natürlich. Komplette Party. So, das ist jetzt hier, das ist jetzt hier, oh, bin gar nicht, äh, unbiotet. Äh, das ist jetzt hier guten Action-Runden hier im Duo. Halt dich fest, Alter. Jetzt geht's ab. Immerhin wird schon mal geschossen direkt. Ja. Ob das hier verändern wird, weiß ich. Ja. Diese Leute wollen Gamester nach balancen, ob sie irgendwann mal irgendwen erschossen haben, der eine schlechtere Waffe hat. Natürlich, du kannst nicht einen guten Spieler mit einem schlechten Spieler vergleichen und dann das Balance nennen. Du musst gleich gute Spieler vergleichen. Nur so ist es Balance. Aber das ist dieses, ich lebe in meiner Welt denken. Man muss über den Tellerrand hinaus gucken. Man muss auch, ne, das große Ganze versuchen zu sehen und nicht nur aus seinem Briefkastenschlitz heraus. Das ist der Trick, wenn man über Game Design reden möchte. Wenn's um deine persönliche Erfahrung geht, da brauchst du ja gar nicht diskutieren. Das ist ja scheißegal. Das Ganze erfinden, wie du willst. Da hat ja keiner was gegen. Aber du willst mir nicht ernsthaft erzählen, dass ne, dass ne Dolch nicht allein schon von den Stats einfach deutlich besser ist als die meisten anderen Waffen. Und vor allen Dingen andere Pistolen. Wir reden davon, dass ihr meint, die teuren Waffen sind die besten und das ist praktisch nicht so. Doch, doch, das ist genau so. Wie gesagt, du erfindest eine Situation, in der es nicht so ist und ignorierst die 50 anderen, in der es genau so ist, wie wir es sagen. Das kann man doch auch zugeben. Das ist doch nicht schlimm. Warum muss man sich dann so an so ne Wahrheit klammern? Das ist doch egal. Was juckt's dich? Dann ist die Dolch halt besser. Na und? Komm ins Team, die sagt, die ist halt stärker. Also das kann man nicht schlimm. Da geht die Welt doch nicht unter. Die ist doch faktisch besser. Wie ich sehe, wie du gegen den guten Spieler nicht in 99% der Fälle den Kürzeren ziehst. Bis auf in der einen Situation, wo das gerade nicht ist. Also tut mir leid, aber da sind wir... Oh, Spieler. Jo. Wir haben uns noch nicht bemerkt. Oh, gut, dass ich die... Rahmen nicht getriggert hab. Es ist doch alles nicht schlimm. Man kann doch darüber diskutieren und reden. Da ist doch keinem mit geschadet. Haben die... Leid? Was machen die da? Die sind ja... Die sind nicht auf uns, oder? Nee. Oh Gott, noch mehr Spieler. Scheiße, verkackt. Da. Oh, lol. Alter, gefettfingert hoch 10. Na, der ist da an dem Wald, aber der war noch beschäftigt. Ich höre sie stapfen. Hm. Da ist auch einer. Ist der umgekippt? Nee. Okay. Okay, der hier bei mir ist umgekippt. Mhm. Da ist noch einer. Der ist hier hinter dem Erdbügel. Habe einen. Nice. Der andere ist hier bei mir. Blutet. Nice. Ist halt blutet. Blutet. Müsste es gewesen sein. Aber es kann natürlich sein, dass südlich noch irgendwie einer übergeblieben ist. Aber ich glaube nicht. Hä, wo sind ihre Waffen? Ach ja. Das ist auf jeden Fall schon mal direkt ein brauchbarer Fight. Aber auch wieder sonst wo, ne? Hat gar nichts mit dem Kompons zu tun gehabt. Obwohl auf dem Weg dahin. Na ja, gut. Ja. Hier liegt einer. Und irgendwo muss sein Kollege noch liegen. Hä? Es geht doch nicht darum, dass jeder deswegen damit rumlaufen muss. Ich weiß, dass es die beste Waffe ist und so spielen sie deswegen aus Prinzip nicht. Weil ich auf sowas gar keinen Bock habe. Mir macht das keinen Spaß, die stärksten Waffen zu spielen. Also was ist denn das für ein Argument? Also weil sie nicht jeder benutzt, ist sie nicht stärker. Ah, okay. Verstehe. Und warum spielt nicht jeder mit der Romero? Nach deiner Logik müsste doch jeder die Romero spielen. Die ist ja die beste Waffe der Welt. Also in der einen Situation, in der du es beschrieben hast. Der ist schon geplandert. 90% der 6-Sterne-Leute rennen aktuell mit Mosin durch HP rum. Ja, die sollen mal lernen, dass die Dings besser ist. Die Romero. Die haben einfach keine Ahnung auf ihrem 6-Sterne-Wertungssystem da. Das ist einfach Lappen. Die müssen einfach mal eine Romero spielen. Da wissen die, was cool ist. Ah, da sind noch mehr Spieler. Auf die Compound. Genau, es geht ja nicht darum, ob man Spaß hat oder nicht. Es geht um das Spiel. Es geht ums Prinzip. Es geht um Spieldesign und Balance. Das hat nichts damit zu tun, wie man persönlich das empfindet. Das steht über deiner persönlichen Erfahrung. Verstehst du? Wir reden vom großen Ganzen. Nicht von dir oder mir. Ich glaube, viele Leute können gar nicht verstehen, dass man manchmal auch einfach über irgendwas diskutiert, was einen selber gar nicht betrifft. Wenn ich über das Leid in Afrika diskutiere, bin ich davon auch nicht betroffen. Deswegen interessiert mich das trotzdem, dass man da vielleicht nicht ganz so beschissene Situationen hat. Als Beispiel jetzt mal ins Extreme gegriffen. So, und so ist das auch mit Spielen. Es muss einen nicht alles stören oder betreffen, nur weil man sich das besser wünscht. Für andere auch einfach. Oder einfach generell. Ist doch scheißegal. Wir reden über Fakten, nicht über Gefühle. Oh, scheiße. Verkackt. Ich wollte unbedingt die Feuerkills für die Hunde machen. Das war nicht so smart. Ist ja auch alles nicht schlimm, ne? Aber wenn man schon diskutiert, dann muss man sich das gefallen lassen, dass die Argumente dann halt auch auf die Waage gelegt werden. Ah, Stinky Frau. CS, wo über Jahre nur M4, AK und AWP gespielt wird. Ja, aber das gehört doch ins Design vom Spiel. Deswegen ist Economy doch wichtig in CS. Jeder hat ja Zugang zu der AK, wenn er eine Sparrunde spielt. Du wirst halt nicht ausgeschlossen, davon nicht zu benutzen. So, hier sind irgendwelche Leute. Also drinsteppen auf jeden Fall welche rum. Doch, du hast was anderes gesagt. Du hast nicht einfach nur gesagt, du findest es nicht so schlimm wie in anderen Spielen. Da schleicht einer, glaube ich. Oh, scheiße. Da waren das doch nur Zombies, kann sein. Runde waren es. Hinter uns. Oh, sorry. Fuck, so eine Kack-Tülle noch. Saßt du ja im Tower? Bestimmt, ne? Nee, close here. Okay. Ich muss kurz heilen. Und wir fangen. zieht sein scheiß kopf nicht jetzt bewegt er sich die frage wo ist sein mate fucking geschrei den ganzen tag hier die waffen sind sogar danach designt ob du verteidigst oder angreifst hier ist ein sniper vielleicht auch ein solo kann sein hast du noch ich habe aber was zum anzünden ich loote den auf hex das tue ich auch immer nervig ne und wegen einem so potenziellen solo halt so lange aufhalten muss jederzeit aufstellen könnte was heißt gewisse dinge verwechseln ich kann ja nur auf das reagieren was du in den chat schreibst und da kann ich doch drauf reagieren so dann nichts mit falsch verstehen zu tun und ja die leute sagen immer dass es ein vorteil ist zu reden der andere muss tippen aber ihr habt auch den vorteil ihr könnt euch ganz viel zeit lassen euch zu überlegen was ihr da hinschreibt aua alter dieses gift was stirb alter nice gut gemacht wo ist der andere hier waren zwei wir sehen noch einen ganz weit im nordosten lol ok interessant kann natürlich sein dass der auch abhaut er schießt auf mich weiß aber nicht von wo so ganz leicht dieses gleiche abgesichert da hat ein hit hui ich stehe denn da nicht da ist da ein busch drin glaube ich ist tot sauber oh die fischer essen den auf ja ist das ein klinger oder wann aber wo ist denn die andere bounty seine leiche hier liegt die noch drin oder was oder hat die einer eingesammelt ich kann das nicht ich bin gemuted cool ist die andere bounty nicht aufgehoben worden oder was ne die wurde nicht aufgehoben das war ja auch scheinbar das waren alles drei solo oder so keine ahnung ja immerhin gab es ja oh die liegt hier wirklich noch nein unglaublich ja wo ist denn alles gegangen da oben ja das war auf jeden fall schon mal angenehmer ja das war ja das war ja auch das war ja auch das war ja auch auch gar nicht an dich, Chino, das ging mehr an Kriegshorny. Die Kriegshorny. Aber es ist wie mit allen möglichen Diskussionen bei Spielen, die Leute für sie funktioniert, also ist jede Kritik irgendwie im Grunde Quatsch. So kommt mir das manchmal vor. Also ich kann ja alles mögliche akzeptieren, dass man sagt, okay, also, ne, das gefällt mir besser, dies ist besser, so bla bla bla, vieles ist objektiv. Aber es ist technisch objektiv, ist ne Dolch ne bessere Waffe als ne, weiß ich nicht, ne normale Pistole, irgendeine. Ist einfach besser. Die ist einfach in jeder Hinsicht, in jeder Situation besser als so gut wie jede andere Pistole im Spiel. Wenn nicht sogar als jede. Das ist keine Balance. Nur weil man den vielleicht mal mit ner Romero auch holt. Das hat nichts mit Balance zu tun. Das ist einfach kein Argument. Das hat auch nichts mit subjektiv zu tun. Das ist faktisch einfach ein schlechtes Argument. Das beweist nicht, dass die Waffe nicht besser ist als 99% der anderen, wenn man 1%-Situationen nimmt und die als Maßstab nimmt. So ist das nicht, das hat nichts mit Balance zu tun. Oh leil, Hand-Server sind scheinbar da. Ach, das ist wie der Dienstag Abend, ne? Ist da nicht immer irgendwie Patch... Ist das nicht immer Steam offline? Ich glaube. Aber so früh? Ist das nicht immer erst um 1 oder so? Ja, normal ist es um zwischen 1 und 3 Uhr oder so. Oder sind das wirklich diesmal die Hand-Server? Ach, das geht jetzt immer um 23 Uhr schon los. Ja, moin, Alter. Ist sie nicht... Ja, aber du kannst ist sie nicht schreiben. Nur, ich habe ja auch Argumente gebracht, die du dann einfach ignorierst. Also, kannst du nicht einfach sagen, nein? Dann schreib wenigstens finde ich nicht. Okay, dann persönliches Empfinden brauche ich nicht drüber diskutieren. Das kann ja jeder erfinden, wie er will. Aber technisch gesehen ist die halt einfach besser. Ich weiß nicht, was ich dir da sagen soll. Es ist eine automatische Pistole, also halbautomatische Pistole, die unglaublichen Schaden macht, ein großes Magazin hat, die man sogar mit einem Scope ausrüsten kann, wenn man da Bock drauf hat. Und dann hast du mit und Short-Range eine relativ gute Waffe. Das ist einfach eine verdammt, verdammt starke Waffe. Viel stärker als die meisten anderen. Ja, Full-Metal-Jacket drauf passen, packen, damit die auch noch durch Wände noch komplett OP ist. Sie macht nichts perfekt in einem Bereich. Okay, welche Waffe macht dann etwas perfekt in einem Bereich? Also außer dein Romero-Beispiel und vielleicht irgendwelche Super-Sniper im Entgegenzug. Die meisten Waffen sind doch mehr oder weniger Allrounder. Also kannst du alle anderen Allrounder ja wegschmeißen und die Dolch nehmen. Also ist die doch schon mal besser als alle anderen Allrounder-Pistols. Wird's mir erzählen, die ist nicht besser als ein Nagant-Officer oder was? Irgendwas. Ja, du bringst immer das Close-Combat-Quarter-Argument, aber nach der... Dude, das hat nichts mit der Dolch zu tun, dass du mit einer Romero auf Close-Range gewinnst. Du solltest mit der Romero auf Close-Range gegen so gut wie jeden gewinnen. Das hat nichts mit der Dolch zu tun. Du nimmst eine Situation, in der deine Waffe für den Zweck besser ist und sagst, deswegen ist die andere in anderen Bereichen nicht die beste Waffe in den meisten Fällen. Das ist nicht einfach nur eine Allrounder-Pistol. Die ist einfach flat-out besser als die meisten anderen in vielen Situationen. Wenn das für dich Allrounder ist, okay, aber für Hand hast du eigentlich immer sehr spezifische Waffen für spezifische Situationen. Und das ist die Dolch einfach nicht. Es gibt keine spezifische Dolch-Situation und es gibt auch keine... Weiß ich nicht. Also, die ist halt einfach super easy zu bedienen und super stark. Das ist kein Vergleich mit einer Uppercut, wo der Schuss sitzen muss. Das ist kein Vergleich. Tut mir leid. Das ist für mich einfach kein Vergleich. Die Stats sind flat-out besser. Okay, und was machen die Stats? Was sind denn die Stats? Sind die ein Gefühl? Sind die Spinnerei? Ist das so ein Richtwert? Oder sind das die tatsächlichen, technischen, faktischen Stats, die bestimmen, ob eine Waffe gut ist oder nicht? Alles, was relevant sind, sind die Stats. Wenn ich ein Schwert reinbaue, was eine Range von 5 Metern hat und 5000 Schalen macht, dann sind die Stats entscheidend. Wenn du alles auf die Waagschale legst. Ich lege nicht alles auf die Waagschale. Du ignorierst nur 90% meiner Argumente einfach. Wir kommen da auch nicht weiter. Es ist einfach, jemand hat beschlossen, das ist nicht so, also ist auch jedes andere Argument einfach nicht gültig. Das ist einfach ein Klassiker. Ich sag's jetzt ein letztes Mal, wo das ganze Kernproblem mit uns beiden in unserer Diskussion ist. Du nimmst eine Situation, in der es nicht so ist und schließt darauf auf alle anderen Situationen, in der es aber anders ist. Du ignorierst einen großen Teil der Wahrheit um deinen kleinen Aspekt, wo du Recht hast und da hast du Recht in der Situation und das nutzt du, um zu sagen, das ist einfach nicht so. Die ist nicht unbalanced. Deswegen spielt sie ja auch nicht jeder Lappen. Es ist scheißegal, ob es auch Situationen gibt, in der sie verliert. Dann wär sie ja OP. Und ob die OP ist oder nicht, das haben wir noch gar nicht ausdiskutiert. Aber sie ist einfach die stärkste Pistole. Also außer, wenn du mit der Uppercut auf Range halt wahrscheinlich dann triffst. Aber auch da ist ja ein Headshot ein Headshot. Da kann ich genauso gut argumentieren, ja, baue ich mir auf die Dolch da Scope drauf und dann habe ich einen Mini-Sniper sozusagen für mit Range und mache dann meinen Headshot. Der Uppercut gewinnt gegen Dolch auch easy auf Range. Warum? Ein Headshot ist doch ein Headshot oder nicht? Oder hat die Dolch einen Drop-Off bei Headshots? Ja. Komisch, jetzt geht das Range-Argument. Bei der Romero war das noch egal. Da wird sich die Cherry rausgepegt. In jedem Beispiel über 20 Meter gewinnt die Dolch gegen die Romero. Siehst du genau das? Die Romero hat einen viel größeren Bereich, in dem sie gut performt als die meisten anderen Waffen. die Range ist halt viel größer. Das macht sie doch besser. Je weniger du nach dem Steinschere-Papier-Prinzip spielen musst, desto besser ist die Waffe doch zu bewerten. So, jetzt nimm ein anderes Beispiel. Nimm eine langsam feuernde Waffe, die auf One-Shot abzielt, auf einen gezielten Headshot. Die ist so gut wie immer am Nachteil gegen eine Dolch. Weil den einen Headshot kannst du mit der Dolch genauso gut machen. Also wo ist der Vorteil von einer einen langsamen One-Shot-Waffe? Die macht auch nur bei Headshot One-Shot. Die Pistolen. Willst du mir erzählen, die sind jetzt besser oder was? Dolch hat wenig Range, außer mit FMJ. Ja, okay, dann packe ich FMJ rein. Na und? Was ist dann? Was ist das für ein Argument? Achso, ich muss noch einen Knopf vorher drücken, damit sie dann das kann. Was hält mich davon ab, die FMJ da reinzupacken? Scheint wieder zu gehen übrigens. Ja. Eine stinkige Winfield ist so gut wie Dolch, wenn es um Headshot geht. Ja, aber sie ist dann nicht so gut in Close Range. Das ist das, was du nicht schnallst. Ich hätte langsam echt ein bisschen wütend dabei, das ist wirklich schwierig. Also, du musst doch zumindest irgendwie einen Millimeter auch mir entgegenkommen. Du tust so, als wäre das kompletter Schwachsinn. So, was gibt's hier für Kackpistolen, Alter? Warte. Warte. Was hätte ihn überhaupt für Ammo? Weiß man nicht, oder was? Irgendwie scheint das hier überhaupt nicht zu funktionieren. Wenn du die Munition anschauen möchtest, musst du auf die Waffe dort rechts daneben klicken. Da gibt's nichts zu klicken. Aber ich kann hier Prototyp-Geschoss, rauchlose Pistolen-Pratone, was auch immer. Ach, die hat sogar schon von Haus aus Penetration, die Dolch, oder was? Obwohl, das können die, glaube ich, alle, ne? Nee, können die nicht alle. Ja, also, kommt halt drauf an. Ich hab nicht mal die ganzen Dolch-Versionen hier freigeschaltet, irgendwie, weil ich einfach die nie spiel. Die Uppercut braucht zwei Bodyshots, die Dolch, drei bis fünf je nach Range. Ja, aber du hast doch eine viel höhere Feuerrate auch mit der Dolch, oder nicht? Die Dolch brauchen meist auch im, also relativ nah sogar. Ja, die reden von Ranged-Fights. Ja gut, von Ranged, dann je nachdem, wenn du FMJ hast, geht das sogar auch mit zwei. Gut, aber, ne? Es gibt einen Bereich, in der ist sie nicht besser. Erneut, das gleiche Beispiel nur von der anderen Seite aufgezäumt. Wir reden von dem Bereich zwischen dem einen Beispiel mit der Romero und dem anderen Beispiel mit einer Uppercut. Also, von Superclose Range zu Long Range. Alles dazwischen dominiert die Dolch dann. Ist doch richtig, oder nicht? Also, ist sie doch einfach besser als die meisten anderen Waffen, weil du sie in den meisten Situationen gut ausspielen kannst. Du musst nicht super nah ran. Du musst nicht super weit weg sein. Du kannst sie in den meisten Engagement Ranges, die du selber auch beeinflussen kannst, relativ gut ausspielen. Das macht sie doch stärker. Oder wollt ihr mir erzählen, das ist nicht so? Oder sie ist einfach so leicht zu spielen. Aber selbst das würde sie ja stärker machen. Wenn sie so leicht zu spielen ist, dass Leute, die nicht so gut spielen können, mit der fast genauso gut performen können, wie Leute, die eigentlich besser wären. Irgendeinen Grund muss es ja haben, dass sie alle spielen. Also, andauernd. Aber du bist in den meisten Situationen in einer der beiden Situationen. Nö, bist du nicht. Das kannst du doch total beeinflussen, wenn du mit einer Dolch losläufst. Ist der Gegner zu weit weg, gehst du dich da ran. Weißt du, du hast einen Dolch und der hat möglicherweise eine Shotgun. Dann zum einen könntest du sagen, okay, geh ich nicht ran. Zum zweiten, du hast doch einen kompletten Dreier-Slot frei. Pack dir noch eine Shotgun ein. Was ist denn dann? Oder wenn wir auf die Long-Range-Sache gehen, pack dir noch eine Mosin ein. Dann hast du Long-Range, dann brauchst du auch die Uppercut nicht. Warum sollte ich nicht die beste Pistole einpacken und dann passend zu meinem Spielstil oder was ich machen möchte, eine passende Hauptwaffe dazu nehmen? Es ist eine Nebenwaffe. Keine Ahnung. Also ich muss echt sagen, ich verstehe die Argumentation nicht so richtig. Die ist, also meiner Meinung nach keine balancete Waffe. wenn ich mir die anderen Waffen angucke. Die hier, die, ne, die Friedenstifter hat einen super spezifischen, eher Long-Ranging-Aspekt, genau wie die Uppercut. Ist ja schön. Da ist sie dann in der Situation der Dolch überlegen. In allen anderen Situationen ist sie der Dolch unterlegen. In allen anderen. Close-Range, Mid-Range ist sie der unterlegen. Nur Long-Range nicht. Genauso wie das Beispiel mit der Romero. Und dann kannst du dir doch eine Waffe nehmen, die dann für Close-Range oder Long-Range besser funktioniert, packst dir eine Dolch dazu und bist für so gut wie jede Situation gerüstet. Und ja, dass dich einer super Close-Range mit einer Shotgun holt, ist eine Sache, aber der hat dann halt auch im Regelfall nicht wirklich viele andere Optionen. Also außer er hat halt auch eine PAX dabei oder sowas. Also eine Uppercut meine ich. Ja, keine Ahnung. Also, weiß ich, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, wie man sagen kann, dass die Waffe, also dass es nicht in 90% der Situation einfach die bessere Pistole ist, als jeder andere, mit der irgendwer kommen kann. Außer in spezifischen Long-Range oder Short-Range-Situationen. Ne, Close-Range geht doch auch. Also du kannst jetzt auch mit einer Mose in Close-Range rangehen, wenn man gut ist. klar, wenn du Close-Range mit einer Shotgun umgeböllert wirst, ist Pech, aber dazu müssten die Spieler natürlich gleich gut sein und dann ist klar, dass du keine Chance hast gegen eine Shotgun, wenn du keine hast. Weil er muss nicht auf den Kopf zählen, du musst es. Aber du kannst ja auch einen Shoulder-Peak machen oder irgendwas, du kannst ihn anschießen und dann mit der Zweitwaffe finischen, irgendwas. Diese Shotgun-Situation wirst du immer haben. Das ist kein Argument für oder gegen eine Waffe. Weil wie gesagt, da kann ich genauso gut sagen, gut, packe ich eine Dolch ein und eine Shotgun und dann bin ich ja gerüstet. Oder halt Mosin und Dolch. Habe ich so gut wie jede Range abgedeckt. Jetzt kann ich besser als mit jedem anderen Setup so einen großen Bereich an Engagements abdecken. Wozu soll ich dann eine andere Waffe nehmen? Das einzige Argument wäre der Preis. Und bei dem ganzen Geld, was man hat, ist das halt einfach kein Argument. Es gibt keine, die beste Pistole pauschal. Doch. Wenn es eine Pistole gibt, die in 80 oder 90 Prozent der Fälle die beste ist und in 10 Prozent nicht, dann ist es die beste Pistole. Es ist immer noch das Gleiche. Man findet etwas, wo es nicht so ist und ignoriert 500 Gründe, wo es so ist. Ich verstehe das nicht. Wie soll man das jemandem begreiflich machen? Dass es einfach eine umgedrehte Logik ist. Und jetzt hängt er sich an dem Ausdruck fest, was die beste ist. Ist doch scheißegal, ob man das jetzt nun die beste nennt oder einfach eine, die nicht vernünftig gebalanced ist. Man hat damit wahrscheinlich den größten Bereich abgedeckt, den du mit einer Pistole abdecken kannst. Das macht sie doch effektiv zur besten Pistole. Dass du immer mal eine Situation hast, in der du scheißen gehen kannst mit deiner Waffe, ist doch logisch. Darüber geht es doch gar nicht. Das liegt an diesem Stein-Schere-Papier-Prinzip. Alter, ich habe hier irgendeinen Hunter mit 31 Punkten zu verteilen, aber ich habe keinen Bock, die zu verteilen. Ach so, wir sind ja rausgekommen eben, ne? Genau. Ja. Ist ja auch egal, wir werden auf keinen grünen Zweig kommen. Manche Leute sagen einfach, ist so wie ich sag und dann ist auch egal, was man da an Argumenten bringt. Ähm, kann man nichts machen. Ach so, ich muss die erst noch einladen oder hast du mich schon eingeladen? Ich habe denen da eine Einladung geschickt. Nice. Mir ist das sowieso egal, ich spiele weder die Knarre noch, stört mich das. Aber mich interessiert Balance und Spielmechaniken und technische Fakten und Spielmechanische Fakten und eine Waffe, die einfach von den Stats einfach nun mal so gut ist, wie keine andere, wenn man die Stats an sich sieht, im Vergleich zu dem, wie sonst gebalanced werden die Waffen, ja, die Balance von den normalen Waffen und die Balance von manchen Waffen, dann muss man doch einfach sagen, das ist einfach nicht gleich gebalanced. Der Bereich, in dem die gut funktioniert, ist viel größer als bei den anderen Waffen. Jo, gute Nacht. Mach aus Hand kein COD, naja, da sind sie ja im Gefühl schon bei. Okay. Okay. Hat schon so einen Grund, warum sie die Dolch immer wieder anpacken und patchen? Nein, sie ist nicht stark. Machen die einfach aus Langeweile. Die haben einfach, die wissen einfach nicht, was sie machen sollen. Die sitzen morgens beim Kaff und sagen, Leute, was sollen wir heute mit Hans Schodert anfangen? Und dann sagen die, wir können ja nochmal an der Dolch rumschrauben. Einfach so aus Spaß. Einfach nochmal Special Ammo geben. Ich meine, die hatte ja vorher keine Special Ammo. Stimmt's. Aber seitdem die Special Ammo da drin ist, ist die halt so ziemlich, ja, so die mit meistbenutzte Pistole im Moment. Nee, man muss nicht einem Pseudopro hinterherrennen, um zu wissen, dass die Dolch eine starke Waffe ist. Du musst nur Hand spielen und davon ein paar Mal erledigt werden in einer völlig dämlichen Situation, wo du eigentlich den Fightlogger hättest gewinnen können und dann weißt du, du bist gestorben hin und wieder einfach, weil einer einfach eine Waffe benutzt, die einfach besser war als deine und dann braucht man kein Raketenwissenschaftler sein, um die einfach mal selbst einzupacken und dann lecken die Leute Blut. Ich hab die tatsächlich selber noch nie gespielt. Ich habe noch nie die Dolch gespielt. Ich fass das Ding gar nicht erst an. Es interessiert mich überhaupt nicht. Aber Stats sind nun mal Stats. Dolch hatte immer schon Spezial Ammo? Keine Ahnung. Nee, Dolch hatte noch nie die ist, also, ja gut, Special Ammo, aber die haben Custom Ammo hinzugefügt. Ja. Also, dass du so was wie, war das, ja, Blutung und Full Metal Jacket. Früher war es Medium, Moni. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe das Ding nie gespielt. Ich habe ja auch früher, also ich habe ganz am Anfang ein bisschen mehr Hand gespielt, dann sehr lange nicht, dann immer mal so sporadisch und jetzt in letzter Zeit relativ viel. Manche Argumente überzeugen mich halt nur nicht, meine Meinung zu ändern. So, ich weiß, Leute denken, ich bin da rechthaberisch oder sonst was, aber es ist halt nun mal einfach für mich kein Argument, wenn man sagt, naja, ich habe schon mal einen mit einer Romero gekillt, der hatte eine Dolch, also ist die balanced. So, das ist, weiß ich nicht. Zählt für mich nicht als Argument. Das überzeugt mich halt nicht. In dem Fall würde ich halt weiter dabei bleiben, dass die Stats einfach besser sind als die von jeder anderen Pistole. Also, overall. Der Nutzungsbereich ist der größte von den Pistolen. Oh, ich glaube, mein Game crashed. Ja, du bist gerade bei mir gestorben. Lol. Fehlercode 0x71121212. Easy Anti-Cheat Fehlgeschlag. Bestimmt, weil das disconnected ist, ne? Das kann sein, ja. Bestimmt, weil Steam war noch gar nicht wieder online. Oder vielleicht ist Easy Anti-Cheat im Hintergrund ausgegangen. Okay, jetzt ist es raus, ich hatte Cheats an. Deswegen haben wir so gut gespielt heute. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten. Ja, das wird ja auch mal offen, Alter. Hey, ich lande einfach im Hauptmenü. Okay, ich kann also nicht wieder reconnecten. Ja, du bist auch bei mir tot, tot. Oh wow. Also ich habe meinen Hunter zurückbekommen, aber ich müsste jetzt warten, bis du da raus bist, oder was? Was ein Quatsch. Äh, ist ja wirklich bescheuert. Ey, aber wie? Weißt du wo? Das verstehe ich auch nicht. Lag das vielleicht daran, dass ich mein Game neu gestartet habe, aber du nicht? Ich glaube, also wahrscheinlich, ich denke mal, dass der Easy Anti-Cheat mit down gegangen ist, als das alles abgekackt ist und der ist wahrscheinlich gar nicht mitgestartet worden. Ja. Ich hatte das Game ja die ganze Zeit einfach aufgelassen. Ja. Weil das ist bei Hand auch häufig ein Problem, wenn man das mal nicht neu startet quasi nach sowas, dann kann das noch Probleme verursachen. True. Ich will jetzt abschließend einfach nur nochmal sagen, dass mir im Grunde auch scheißegal ist, ob die nun zu stark ist oder nicht. Ist mir persönlich wurscht, wenn mir, also das Spiel hat ganz andere Probleme als die Dolch, meiner Meinung nach. Also hundertprozentig das letzte Problem, was mich aktuell interessiert, ist die Dolch, weil was nützt mir die beste Balance, wenn einfach keiner die scheiß Bounty macht? Zumindest in Trios. Also die Duorunde war auf jeden Fall deutlich besser schon mal, das muss man sagen. Aber auch Duorunden können genauso aussehen wie die Duorunden. Ja, ja, natürlich. Aber also heute war ja wirklich ekelhaft. in Trios. Ja. Da ging ja gar nichts. Das war nur lahm. Oh nein. Jetzt ist hier noch jemand am Ausgang. Aber findet die echt, dass das eine gute Balance ist mit der Nitro? Dass die so stark ist, aber dafür einfach so ein Cancer-Scope kriegt? Also ich finde das auch keine gute Balance. Muss ich ehrlich sagen. Also ist schön, dass das viele Leute abschreckt, die nicht zu benutzen, aber auch so eine Waffe ist meiner Meinung nach in diesem Spiel total fehl am Platz. Meine Meinung. Die ist nicht ultimativ und jeder darf das anders sehen. Aber meiner Meinung nach ist Hunt ein Spiel, das am besten funktioniert, wenn Headshots King sind. Immer. Headshots müssen immer King sein. Immer. Und das sind sie einfach nicht mehr. Gezielte Headshots sind nicht mehr King. Weil viel zu viele Leute irgendwelche schnell feuernden Waffen haben. Und auch dazu gehört nun mal eine Dolch. Die schießt nun mal halt schneller als ein anderer Revolver, wenn du jetzt gerade keinen Fanning benutzt oder sonst was. So jetzt sagt der nächste, du musst halt Fanning benutzen. Ja, aber ist ja trotzdem das gleiche Problem. Also das ist ja ein anderes Problem, was mich nervt. Dass sowieso dieses ganze Spam-Gameplay da drin ist in letzter Zeit. Oder schon länger. Ich bin mal einmal kurz zu AFK erstmal. Kurz. Ich bin mal in der Ich bin mal in der Ich bin mal in der Begegnung, das ist ja auch ich bin mal in der Vielen Dank. 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 Kompakte Munition und Romero. Ich bin mal lange nicht gespielt. Bist du immer noch in deiner Runde drin oder wann? Äh, nee. Ich hatte dich schon wieder eingeladen. Oh, nice. Let's go, okay. Hmm Da sie vorhanden ist, finde ich, ist es so besser, als wenn sie Leuchte spielen wäre. Das ist so ein Klassiker. Ich habe das ganz oft, ich habe zum Beispiel gerade ja irgendwas wieder an irgendeinem Spiel kritisiert. Und einer schreibt einen Kommentar. Mich stören die Menüs viel mehr. Ja, ein Glück müssen wir uns nicht normalerweise entscheiden zwischen Kack-Menüs und anderem Kack-Gameplay. Also eigentlich sollte das alles gut sein. Und das ist genau das Gleiche. Ja, gut, es ist im Game. Dann ist ja schön, dass es nicht funktioniert. Oder what about, es wäre gar nicht erst im Game so ein Quatsch. Dann bräuchte man auch keinen Scheiß-Visier raufpacken, damit es kaum einer benutzen will. Aber es ist schon immer witzig. Also, mit was für Ideen die hier um die Ecke gekommen sind über die Jahre. Ist natürlich irgendwo auch schwierig, ne? Du willst das Game auch irgendwo fresh halten und so. Und so wie es ursprünglich war, hätte man gar nicht viele neue Waffen reinbauen dürfen. Weil das Kernprinzip so sehr auf diesen One-Shot-Headshot war. Und das war super cool, aber ich glaube, das ist halt zu nischig für die meisten Leute. Ne, ich habe nicht alle Gangs kritisiert. Es gab in letzter Zeit eine Menge Games, die ich gefeiert habe. Interessiert aber keinen. Das vergessen die Leute immer. Mhm. Na, After hat gar nichts in dem Spiel verloren. Null. Let's go. Yes. Yes. Und wo hinten immer ist, kann ich mal unspawn, ne? Was mich an dem Spiel sehr nervt, ist dieses scheiß Zielkreuz im unteren Bereich. Ein Zielkreuz gehört in die Mitte vom Bildschirm. Tut mir leid. Oh Gott, schon kommt die nächste Stinkewolke an. Wohin? Ach, da oben ist sie drauf. Jetzt müssen sie sie leider töten. Was hast du denn hier? Oh Gott. Wow, Schuss auf mich. Ja. Irgendwo Südwest. Ich hab nix für Range übrigens. Hätte ich mir bloß ein Dolch eingepackt. Moha. Ist da überhaupt was? Naja. Was zählten die denn da ab? So, wo kam jetzt die Schlüssel? Ah, da oben. Hatten die Hit. Oh, er hat mich direkt am Kopf getroffen. Oh nein. Jetzt klickst du natürlich total scheiße, ne? Ja, wahrscheinlich. Die kommen aber her. Oh, das könnte gut sein. Nice. 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 Scheiße Better hit Keine Muni. Aber der müsste doch Gifte haben, oder nicht? Ja. Ist oben drin. Das habe ich falsch gehört. Oh, nur noch zwei Schuss gehabt. Johanna war gut gemacht. Also das muss man ihm lassen. War ein guter Fight. Ja. Ist noch wenigstens angenehm. Wenn er durch, wäre er jetzt tot gewesen. So ist es! So ist es! Wäre er halt möglich. Ja, wäre er auch. Was ist da mit der Romero? Ich denke, die ist so gut. Ich meine, gut, den einen hast du wirklich gut weggeschossen damit. Oh. Ja. Na, ich habe das halt falsch gehört. Ich dachte, der ist unten. Oh. Oh. Aber gut. Hätte jetzt vielleicht auch nichts gebracht. Ja. Hälfte der Mission schon erledigt. Nice. Das war richtig dumm. Das war richtig dumm. Oh. Oh. Was habe ich denn hier für? Ey. Das ist fucking Levering. Das ist halt so dumm, dass du einfach… Ah. Zielfernrohr habe ich auch nicht. Conduit ist gut. Hier brauche ich jetzt wenigstens kein Finning. Ja. Ich habe mein Negro mit. Oh. 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 Habe mich auf PvE-Content gefreut. Was machen diese Spieler da? Ja. Reduziert das niedrig positionierte Cross eigentlich auch das Head-Litch-Potenzial? Ähm. Ja. Aber in Battlefield 4 kann man auch nicht Head-Litchen und da ist das Cross ja auch in der Mitte. Die Kugel kommt einfach trotzdem aus der Waffe. Und nicht aus dem Kopf. Also es geht. Man kann das auch anders lösen, das Head-Litch-Problem. Es macht nur keiner. Also es ist nicht ganz so wild, aber ich finde es immer gewöhnungsbedürftig. Ich ziele halt mit der Mitte vom Bildschirm und nicht mit dem Cross ja normalerweise. Weil ich ja viele Hardcore-Games auch spiele, wo gar kein Cross ja drin ist. Mhm. Du weißt halt einfach irgendwann, wo deine Mitte ist. Und hier ist es halt anders. Also es ist schon interessant. Schon interessant. Ich glaube es ist das einzige Spiel, was ich kenne, wo das Cross ja nicht in der Mitte ist. Aber es ist jetzt auch nicht schlimm. Bei mir ist es so, ich bin immer froh, dass ich einen Monitor-Arm habe. Ich mache den Monitor dann einfach einen Ticken höher, sodass der Cross ja ein bisschen mehr auf Augenhöhe wie der ist. Und dann geht es eigentlich einigermaßen. Aber geil ist trotzdem nicht. Ein Irrer. Noobs mit Waffen. Danke für den Raid. Hier sind auch Noobs mit Waffen. Tatsächlich ist mir bei Hand bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nie aufgefallen, dass das Crosshand niedriger ist. Echt nicht? Ja. Erst als das irgendwann mal jemand gesagt hat, ist mir das aufgefallen. War das jemand ich und war das gerade eben? Nee. Okay. Das hätte ja sein können. Weißt du noch damals? Waiting for other players. Okay, es gibt da oben irgendeine Baby-Bounty, die uns nicht interessieren muss. Mhm. Zum Glück. Die wird auch keinen anderen interessieren, obwohl es ja Duos. Ja. Aber wie gut möglich, dass dann Leute direkt beim Bounty oben spawnen. Wenn der Chat schreibt, sie haben ein gutes Gefühl, ist die Runde meistens eine Katastrophe. Sorry für die Schmatz-Performance übrigens, aber man muss auch mal was essen. Keine Ahnung warum das so ist. Vielleicht wollten sie mal besonders cool sein. Eigentlich hast du ja auch gar nicht dieses klassische Shooter. Du hast ja eigentlich, die Waffe ist abgesenkt und du musst sie anheben, um Hipfire zu machen. Und dann kannst du noch anvisieren. Es gibt eigentlich drei Visierungsmodos. Wenn sie abgesenkt ist, dann stickt sie nicht so aus dem Fenster oder so raus zum Beispiel. Und dafür machst du halt eine Nahkampfattacke nur, wenn du klickst. Genau. Ich kann so nicht spielen, Alter. Ich bin... Weiß ich nicht. Für mich funktioniert das ja nicht. Deswegen habt ihr auch die Revolverheld-Einstellung. Übrigens das FOV war früher auch immer so narrow. Und dann gab es eine Einstellung, dass man es ändern kann. Ich spiele auch nicht auf Zoom-FOV, sondern auf dem normalen. Weil das einfach für mich dann besser funktioniert. Ja. Ja. What coming? Letzte Runde haben wir gar keine Hunde gehabt, ne? Ja. Muss noch Hunde verbrennen. Extra den ganzen Brandscheiß mit. Verpiss dich, Fackelmann. Oh, da in Ironworks. War eine Explosion. Okay. Gut möglich, dass da der Bass ist. Oh. Das ging ja fix. Also... Kann natürlich an der Uhrzeit liegen. Kann daran liegen, dass wir jetzt Lower Elo haben. Aber... Also hier wird deutlich mehr Boss gemacht. Also wir haben jetzt nicht einmal den Boss als Erster erreicht. Was halt sehr erfrischend allein schonmal ist. Wobei Lower Elo ist das nicht mal. Ja, ich bin auf jeden Fall abgerutscht einen Stern. Oder habe ich schon wieder einen dazu bekommen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich achte auf sowas an nicht so. Aber wir hatten zum Beispiel auch in einer Runde einen Five Star Solo dabei. Okay. What? Ich bol Embry hin. Bop! Bμα, Gracias. Büh! Beim Ball Dangal! Bääh! Gar. Maura! Sketch Böh! Ich weiß nicht mehr so'n scheiß Aufwand wäre, hätt ich mir auch einfach dein Quartermaster reingepackt und hätte dann einfach ne Abgesichte Romero reingelegt und dann ne schöne Winnie. Dann hast du auch deine Compact-Ammo, aber passt schon... Hunde? Achso, das sind die Hunde, das sind keine heilen Hunde. Naja. Flippen auch völlig aus jetzt, scheiße. Wenn wir doch abknallen sollen. Ich wollt's einfach abfackeln, das ist einfach ein persönliches Bedürfnis, die Karens wegzubrutzeln. Ja, ich hasse die auch. Die sind einfach neu, irgendwie sonst was. Ich sag's, wenn die auf irgendwelchen erhöhten Positionen sind. Und deine Wurfmesser klauen. Und das, äh... Wobei bei mir sind's eher Wurfechse. Ja, gut. Läuft ihr aufs gleiche hinaus? Ja. Nur, dass ich weniger davon hab. Alter, wie viel Dynamit hab ich bei damit? Da war ein Käfernest. Wenn ich nur eine Wurfachs hab, fühl ich mich sehr nackt. Ja. Das versteh ich voll und ganz. Mit der Romerometer unterwegs. So ist es. Oh Gott! Ich wurde angeschossen von irgendwas? Aus dem Fenster, ja. Oh, Hunde. Aha! Hinter uns auch. Oh yeah. Und auch nicht weit weg. Oh mein Gott. Du Scheiße. Ich versuche irgendwie zu dir zu roamen. Oh Gott. Sie wollen mich. Hoffentlich kommen die anderen jetzt auch hierher. Ja. Da läuft einer. Da ist. Da sind zwei, das ist das andere Team. Die haben uns umlaufen. Ja. Die Posi ist natürlich totaler Trash. Oh, ich wollte schon mal anfangen Schaden zu machen für die Mission. Die laufen ganz rein. Die sind weitergelaufen, ja. Die anderen sitzen da locker immer noch drin. Ja. Ja. Ist ja auch da was drin. Rückspechte. Achso. Oh. Oh, ich dachte ich hatte das gecheckt, habe ich wohl nicht. Oh, die gehen raus. Die haben noch gar nichts. Oh, da geht die Bounty raus. Achso. Die Bounty, ja. Ja. Ich dachte, meinst du die beiden Loots. Ja, die wollen natürlich die abfangen. Aber dann können wir den hier hinterher laufen. Können versuchen, die in die Zange zu nehmen. Ich höre Steps. Ja, natürlich. Wow. Oh Gott, der habe ich instant gesehen. Ne, der Schuss. Oh, what? Okay. Ja. Alles klar. Ich habe mich durch den Baum wahrscheinlich gesehen, ja. Naja, aber schon interessant, dass du nicht geschossen hast und er sofort in deine Richtung guckt. Das finde ich auch wild, ja. Man könnte fast malen, die haben vielleicht sogar zugeguckt. Aber das würde jemandem im deutschen Namen niemals machen. Das nervt mich, Alter, dass ich mit meiner Meta Romero jetzt hier nicht rasiert habe. Äh hä 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 hä. Oh. Können wir mal den neuen Skit angucken von dem Ding hier. Steht hier irgendwo was ich dafür machen muss? Oh halt! Live-Balken. Ups. Okay. Ich bin immer bei drei Sternen. Unsere Trio-Exkursion hat mich leider ruiniert. Alter, jetzt fehlen mir ja noch einfach 31 Schaden. Was ist denn der Kompakt-Money? So eine Scheiße. Ach, Schandwerk ist der Name von dem Waffenskin. Mein Fehler. Schreib's in die Geschichtsbücher, du hast wieder einen Fehler gemacht. Ich mach aber nie welche. Nee, nee. Würde mir im Traum nicht anfangen, einen Fehler zu machen. Du scheiß YouTuber. Ich sag's dir, Alter. Will immer Recht haben. Was ein Wichser. Das ist wie die Diskussion mit dem DLSS momentan. Drei Leute oder so sagen, du redest scheiße. Das stimmt gar nicht. DLSS sieht genauso gut aus wie nativ. Hier. Sieh dir das mal an. Und dann bringen sie immer ein Beispiel, wo TAA benutzt wird. Von irgendeinem wurstigen Konsolen-Port. Und denken, das ist mit nativ gemeint. Oder sie vergleichen 1080p nativ mit UHD DLSS. Die Leute wissen schon gar nicht mehr, was nativ bedeutet. Wie willst du den Leuten das erklären, wenn sie es gar nicht verstehen wollen? Und diese Testberichte, die Leute lesen, suggerieren denen, dass es halt besser ist, Kantenglärmung und DLSS zu benutzen. Versteh ich nicht. Warum es so eine Berichte überhaupt gibt. Ist total irreführend. Also wahrscheinlich sind die bezahlt von Nvidia. Keine Ahnung. Aber ich spiele Star Citizen in nativen 4K. Das sieht crisp AF aus. Es gibt andere Games, die launch ich auf meinem OLED-Fernseite. Da denke ich, ich spiele 720p. Wenn ich DLSS ausmache. Die brauchen mir gar nichts erzählen über nativ. Da ist nix nativ bei den neuen Spielen. Das sind alles irgendwelche Konsolen. 720p Upscaling scheiß Titel. Und ne vernünftige Kantenglärmung sieht meiner Meinung nach immer noch besser aus. Wenn man es unbedingt braucht. Ich brauche das nicht mal. Wobei hier habe ich es ja auch an. Aber das Spiel sieht ja auch katastrophal aus, muss man sagen. Gerade die Bäume und so. Ich habe tatsächlich das Spiel auf, glaube ich, der untersten Grafik reinzulassen, wie es geht. Das einzige, was ich relativ gut eingestellt habe, sind die Partikel. Ja, keine Ahnung. Also ich finde, ich habe alles angeschaltet, aber... Oh Gott. Ja, die stehen mitten auf dem Feld. Gut, dass die mich nicht treffen. Hä, Leute, Digga, wie stehen die denn? Und der One shotet mich trotzdem. Ja, Sniper. Er steht total offen. Es interessiert ihn überhaupt nicht. Jetzt ist noch einer. Ja. Das ist ja wie Tontauben schießen. Der One tappt er mich mit seiner Kack-Sniper. Ich weiß es nicht. Dead Eye. Ja. Nice. Ja, die move'n aber auch echt wie die letzten Krüppel. Oh, der Boss ist hier. Nice. Vorsicht, der hat nen Scope drauf, ne? Du hast keine Money mehr. Ich sag's doch, der läuft einfach raus. Der merkt gar nichts. Lol, was ist mit dem? Haben die gerade getroffen? Oder ihn? Keine Ahnung, aber der Zomber hat ihm auch einen gegeben. Ah, natürlich. Also irgendwann hätt's nen Schuss treffen müssen wahrscheinlich einfach. Ja. Aber ist auch so schwierig, wenn der sich so komisch bewegt. Schade. Ja, den hätt's wahrscheinlich einfach eiskalt pushen können, der war auch total nervös. Aber der stand so offen, also das hat mich so getriggert, dass der mich dann so warm getappt hat. Der stand halt komplett frei. Ja, danach hat er nichts mehr getroffen. Da hat der Kugelmagnet nochmal reingekickt. Ah, jetzt hab ich die Marco bekommen. Weißt du, in dieser ganzen DLSS-Thematik? Es ist ja nicht schlimm, wenn Leute das nicht wissen. Oder keine Ahnung haben. Aber die Leute, die keine Ahnung haben, sind immer die ersten, die zu dir kommen und sagen, Was redest du für ne Scheiße? Immer übelst getriggert, übelst aggro. Und dann kommen die mit so Wurst-Argumenten. Ja, dann weiß ich auch nicht, Alter. Dann weiß ich auch nicht weiter. Das ist Long M1, ja genau. Wie viel Zeit hast du heute? Äh, theoretisch unendlich. Lol. Okay. Kollege schrieb mich nämlich gerade an, ob ich Bock hab, ich sag, also ich hab keinen Bock auf Trios. Da bin ich heute echt satt mit, Alter. Oh, jetzt gönne ich mir richtig hier, Alter. Bullet Grubber. Braucht man Bullet Grubber bei der Marco? Soweit ich weiß nicht. Ich glaub, bei der Marathon braucht man Bullet Grubber. Ja, die schmeißt was raus, das hab ich auch schon festgestellt. Okay. 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 Ja, heuer kam mir ganz gut an, glaube ich. Ein guter Handabend. Also rein vom Streamen, die Runden waren so mehr, aber ich glaube, das lag auch ein bisschen mehr an der Interaktion. Heute haben wir mehr gelabert, im Chat und auch untereinander. Also mehr mit dem Chat eigentlich. Ja. Ja. Du hast da was am Kopf. Zersetzung. Ach, du hast ja auch eine Uppermatt. Ja. Wobei, ich habe eine Uppermatt und du hast eine Uppermatt, ja. Die Uppermatt ist nochmal andere Muni, oder was? Ja, die ist Long Ammo. Ach, lol. Ja, gut, brauche ich ja nicht, ich habe ja Long Ammo. Oh, warte. Haben wir, ja, nicht. Oh, ja gut, den hast du, okay. Ja, ich brauche noch genau zwei. Oh, das heißt, ihr habt ihr jetzt genau den einen. Seit tausend Runden. Welch von meinem schönen Schrein. Ins Maul. Ins Maul gibt's. Einfach alles killen und wieder rausgehen. Das ist doch mal ein Plan. Das klingt einfach genau nach dem, wie man das spielen sollte. Endlich sagt mir das einer. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie das wohl funktioniert. Oh, Alter, aber die Ironside ist ja mal nice von dem Ding, wa? Ja. Oh, die gefällt mir aber, Alter. Es muss noch einen vernünftigen Skin dafür geben. Hallo. Klopf, klopf. Warum lang? Ich gucke, ich verlasse, ich laufe immer so gerne Leuten hinterher einfach. Ja, das geht nicht. Das passiert mir auch häufig. Deswegen bin ich dann auch meistens lost, wenn ich irgendwo quasi, ja, dann langlaufe und dann mir Leute hinterherlaufen. Dann merke ich auf einmal so, warte, ich laufe ja ganz falsch. Wenn man sich aber mal überlegt, dass wir den Abend über auch hätten Easy for Honor spielen können, Alter. Oh, hier ist eine Kasse, aber dafür brauchen wir einen Plätschmark. Ich habe nichts zum Wegstecken, Alter. Ja, aber doch, der war mir mein Leisten. Kein gutes Gefühl dabei. Dann kann die Runde endo geil werden. Hör ich doch was stapfen? Achso, das ist ein Fatman. Achtung, Raum. Da habe ich doch irgendwas hier auch, ne? Schlimm, Berserker. Nein, zu kurz. War da ein Hund? Oh, Spieler. Hab ihn. Also hier hinten sind Spieler. Also den Hund habe ich, ja, okay. Ich weiß nicht, ob sie mich schon bemerkt haben, falls sie mich überhaupt bemerkt haben. Ich habe hier natürlich den fettesten Fatman aller Zeiten zwischen uns. Und er verfolgt mich, selbstverständlich. Ich muss hier richtig dumm laufen jetzt. Du müsstest sie dann irgendwann vor dir sehen, falls sie noch da sind. Erstmal 4000 Kacklappen hier hinter mir. Ich glaube, sie sind nicht mehr da. Die Hunde haben nämlich aufgehört zu bellen. Oh, der Clou ist ja hier drin. Stimmt, hier gibt es ja auch zwei Clous. Meinst du, sie sind weitergezogen? Ist er offen? Und der Clou beleuchtet auch nicht, von daher. Ist der andere Clou da oben angekommen? Ne, keine Lust. Ich will wieder atmen. Ich will wieder atmen. Was war das? Das Knacksen? Bist du über den Ast gelaufen? Das hört sich an, als ob das 80 Meter weg ist. Oh, heute habe ich einen geilen Kommentar gelesen. Da schrieb einer, richtig absurd ist es zum Zocken, einen DT1990 zu kaufen. Also meinen Kopfhörer. Wo ich mir nur so denke, das ist auch nur absurd, wenn man keine Ahnung hat. Also das ist wahrscheinlich so einer, der sich Gaming-Heads jetzt kauft. Hinter uns Raben. Okay. Nur gehört, nicht gesehen. Die Fonds machen ja den Bass. Ganz viel Sprengstoff dabei, aber da oben ist eine Karin. Hm. Soll ich die weg machen? Soll ich das silent machen? Wahrscheinlich nicht. Warte mal, ich kann jemand versuchen, ihr ein Messer zu gönnen. Oh, die sind hier. Ja, ja, steht draußen. Da. Schön. Steht nicht mehr da. Oh, das ist ein Big Boom. Jo. Hit. Dead. Nice. Hat die ihren Kumpel aufgesammelt oder liegt der noch draußen? Nee, der liegt hier noch draußen. Und das ist auch noch Schneeke, Alter. Oh, die Knarre ist nice. Neue Spielzeuge. Aber wir müssen aufpassen. Die anderen kommen wahrscheinlich jetzt ja auch gleich rein. Ja. Vielleicht. Ich hab dich mit Deutsch dabei gehabt, mit Blutungsmonie. Dies Kacke, hab ich gehört. Mach's white. Bist du das gewesen? Ja. Ich hör aber draußen noch was. Oh ja, ist auch rot, tatsächlich. Hit. Oh, er hat mich gekillt, Mann. Scheiße, der Scheiß-Assassin. Ich wusste nicht, dass der einen so charged. Sauber. Okay. Oh mein Gott, warum kommt der jetzt zum fucking Zombie? Aufgesammelt. Oder? Nee. Oder geheilt? Geheilt. Ah, der zweite hat nicht gesessen. Ah, der ist ja auch ärgerlich, dass der auch schon wieder Fenning hat. Fangen wir mehr nach Levering, oder? Nee, das war Fenning von seiner Le Mat. Ach so. Mal, weil es so langsam war. Ja, er hat halt langsamer geschossen, damit er besser treffen kann. Aber hat trotzdem nicht so gut getroffen. Nee, den hat's ja haben müssen. Hätte der zweite Schuss gesessen, wäre er tot gewesen. Ich dachte gerade schon, ich habe schon wieder ein Upgrade gekriegt hier von den Sternen, hätte ich die direkt ausmachen müssen. Ach, wenigstens habe ich jetzt meine Poison-Ammo und Le Mat fertig. Ach ja, stimmt, siehst du. Romero, nochmal Kompaktmunition. Lul! Nice. Feuer und Spectre. Ach, scheiße, das ist ja deutsch. Hm. 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 So, ab geht er. Das ist weg da. suchen suchen schmuchen schmuchen nur romero no win ich glaube wir haben jetzt jede runde mit der romero reingeschissen obwohl ich hab also der eine kill war schon nice aber man muss auch sagen ne also die romero ist halt auf close range auch leicht zu benutzen also ist ja auch nicht so als wäre das jetzt eine super skill waffe ist halt one shot ach das ist hier wieder hundege bail so komm jetzt haben wir noch mal richtig einen raus dega jo ich hab ein gutes feeling diese short run mirror in white sieht auch schon sehr nice aus so 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 stalker direkt wieder an die umdenken so 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 ich muss die hires die ganze zeit mit feuer machen aber ich töte die immer normal haha ich muss einen laternen grunt töten bevor die laterne explodiert hm na dann gehen zwischen hunde Ja die muss ich nicht mehr abfackeln. Auf die kann ich scheißen. Weil ich kann es aus Prinzip einfach machen. Oder ich schieß daneben. Staged Reloads könnten die hier auch mal einführen Junge. What? Drei Messer gebraucht. Peinlich. Oh der Boss ist hier. Natürlich. Das ist eigentlich ganz gut. Weil ich muss noch einen Boss leer locaten. Und das weiß. Geil. Ja den Clou nehmen wir noch mit. Hä? Ne ich dachte gerade. Hä? Ne was habe ich denn für Special Moon? Oh. Ich habe mich schon gewundert warum der Clou genommen war. Hast du den letzten Clou genommen? Ja. Der ist hinter der Scheune da. Wie kann das weiß gewesen sein wenn der da ist? Einen habe ich. Nice. Was haben die denn für ein Quatsch gemacht? Ich weiß es nicht. Die haben vielleicht den Clou abgecampt? Ne aber er hat ja gehört er ist schon da geschossen. Aber du redest ja einfach direkt um die Ecke und piekt da auch. Also weird. Naja. Geschwär mich nicht. Das waren meine Kills mit der Light Ammo. Ach die Leuchtpistole hat sich aufgefüllt. Recht habt ihr. Natürlich. Also hier ist noch eine Kasse. Nice. Big Money. Weil ich so arm bin. Oh. Da flog der Messer wieder beiseite. Ich weiß. Dein ekliger Schenkel knickelt hier rum. Da ist sein Kopf. Da ist sein Kopf. Ich habe seinen Kopf aus dem Bossleer heraus entführt. Geil. Ein Spieler aus Nordwesten zu kommen. Geben irgendwie Spass. Oh. Der Schläger? Der Schläger? Aber von wo? Geh da hin. Meine Scheiß egal. Ja. Geh da hin. 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 So. Da ist ja. Ich habe immer mehr geschossen. Meine schossen. Geh da hin. Durch die Schrauben. Geh die neue Schrauben. Ist das von mir? Ist das da drin? Da unten drunter ist auch jemand Lass die mal kommen. Geh mal davon aus, die wollen zu uns Ne, die sind noch beschäftigt, lol Hm, ist da drin Hätte ich eine Waffe mit der ich zielen kann, wäre der ja jetzt gestorben Hm, der ist jetzt unten Einer down Nice Ich muss Posi wechseln Wo liegt der? Irgendwo da, glaube ich, kann es dir von hier aus gerade nicht genau sagen Keine Der liegt genau da Ja, ich glaube der Mate ist da oben Ne, der ist genau da Genau auf Marker Ich hab mich einfach gewonshottet, der Sack Nicht schlecht Oh Maxi, mit Dual Pistols, nooo Bluter Bluter So ein Stinkerloadout nervst du ihn da ab, oder was? Bluter 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 Was zur Hölle? Ja, läuft da in der Hype rein A Thousand Needles, aber original, ey Wo ist die andere Bounty? Ist die schon hier? Du musst halt Spectra Schaden machen, deswegen dachte ich mir, komm nimmst du noch eine Blutmonie da mit rein Machst du mehr Schaden mit der Spectra dann Du bist ein Frechdachs, Alter Achso, ist hier irgendwo ein... Ah, der Wagen ist zu weit weg Ja, ne Muss leider Romero Damage machen Oh Gott, ist das so nervig, wenn diese ineinander liegen Mit ihren Waffen Oh lol Hm, kein Platz mehr? Was will der von mir? Kann man einen Jäger jetzt nur noch looten, wenn man einen Platz hat? Ah, dann ist er schon durchgelootet wahrscheinlich Ja, aber von wem denn? Achso, hier lag nur ne Leiche, ja stimmt, die haben den gelootet, deswegen hab ich den so leicht erschießen können Oh Der liegt da oben Stand der nicht früher, wenn der war schon... Wurde schon gelootet? Ne, der stand glaube ich schon ziemlich Lange So So, dann lass mal gucken, ob wir unsere Bounty noch kriegen Ja Ah, hier liegt auch noch ne Leiche Aber die ist nicht mehr lootbar auch Aber die Bounty ist weg, oder? Die andere? Die ist Extracted Ja, die andere Bounty ist Extracted What the fuck? Another point of interest Die hätten sich locker die Bounty jetzt krallen können Ja Dann wärs nochmal spannend geworden Ja Und ich muss noch an dem Wagen Ja, an dem war ich grad schon Hab meinen Lebenswagen wieder hergestellt Ja, hier ist ne Kasse auch an dem Wagen Sag ich diesen scheiß Kompon den hasse ich so sehr, aber ich verlaufe nicht jedes Mal, find den Zugang nicht Ach so, ich glaub wir kriegen einen Boost, ne? Wir dürfen das jetzt angucken Ja Gib mal Kette, Alter! Oh Gott, wir müssen auch noch... Riecht weit laufen Ja, aber vielleicht finden wir ja noch ne Hive, die ich anzünden kann Das stimmt Das würde mich doch sehr wundern, wenn wir keine finden Hm, aber bei meinem Glück Wenn man Aufträge hat, dann findet man genau das, was man dafür braucht, nicht Das ist auch sehr true Am besten suche ich auch schon mal ne Laterne Wieso? Ich dort hinten, damit ich sie anzünden kann Ich kann die mit der Feuerdingstchen mit der... Ja gut, das geht natürlich auch Pistel Dann werden wir dann eine finden Die hatten den Exit halt direkt an der Bounty Und gleich rausgegangen Ja Auch das, also... Es wär halt geil, wenn es sich hier wirklich richtig lohnt, die alle zu machen Da hast du da einen Auftrag Danke Cool guys, don't look at burning bitches, Alter Oder irgendwie so gegen das Guck mal, jetzt sind sogar noch eine an, nur für dich Ja gut, wahrscheinlich haben die sich beim Bounty aber auch einfach gedacht, gut Wenn der Ausgang schon mal da ist, dann gehen wir einfach raus Ja, klar, wir weißt auch der Geier, wie angeknackst die waren oder so Aber es wär halt geil, wenn man sich wirklich jedes Mal ernsthaft überlegen würde Oder ob man lieber rausgeht oder doch Ja Nicht die super Reward mitnimmt Aber was willst du machen? Geld alleine bringt ja nichts Also apropos Geld, natürlich bringt eine Donation was Von 2,50€ von Infant Prodigy, danke dafür Das ist doch mal... Auf jeden Fall etwas, das man durchaus mal machen kann Man wird stirbt Blöden, stinke Frauen, Alter Alles voll hier mit, Alter Da hätt's dir keine Sorgen machen müssen Was zum... Dreht halt völlig durch Doppel-Romero Mädchen Stimmt, ich hab Doppel-Romero Hey, ich hab meine Knarre weggelegt aus Versehen Hey, ihr habt gesagt Doppel-Romero regelt Okay, du bist noch ein bisschen weit weg Ähm... Doppel-Romero und wir haben gewonnen, also keine Ahnung Ich hab das gar nicht mitgeschnitten Ah, ich hab Punkte Komm ran jetzt! Ja, ich komm ja schon Zwölf Jahre später Ja, Ben da Ja... Ja, die Romero hatte nix damit zu tun Das lief alles über... Die andere Knifte Ja, ich hab die aus Versehen getauscht, leider Passt jetzt Wollt er die gar nicht Ich hab die zurück Ich hab mich Ja, ich hab mich So, lad mal schneller hier, ich will wissen, was das jetzt für ne Runde macht. Ja, ich hab alle drei Gegner getötet aus irgendeinem Grund angeblich. Dabei hast du doch einen getötet. Also es stimmt halt einfach nicht. Der hat blutet, wobei der ist wahrscheinlich an der Hive gestorben. Achso, dann haben wir den als Kill gar nicht bekommen. Ja, wahrscheinlich, hab ich einen Assist darauf dann bekommen? Wahrscheinlich. Aber kann ja nicht. Kriegst du nur einen Assist, wenn wir auch einen Kill kriegen, oder? Also in der Theorie könnte das schon funktionieren. Modifikator, Duo-Einladung, schwach. Ich hasse es, mich schwach nennen zu lassen. Haben wir Assist bekommen und glaube ich auch keinen anderen Gegner außer denen getroffen. Also den einen Vierer habe ich ausgeschaltet, kein Problem. Die sind rausgegangen, die Säcke. Getötet, getötet. Was ist denn der Unterschied zwischen ausgeschaltet und getötet? Ach, tot tot dann, oder was? Ja, tot tot, ja. Lol. Deswegen auch der rote Skull quasi. Übel. Ja, das war ja noch ganz nett. Moment mal. Ich werde jetzt Feierabend machen. Aber es war also am Ende doch noch ein bisschen actionreicher. Also kann jetzt Zufall gewesen sein, aber Duos sind auf jeden Fall ein bisschen angenehmer gewesen jetzt heute. Fühlte sich auf jeden Fall actionreicher an und mehr Fights. Und deutlich mehr Bounty-Fokus. Also das scheint mir zumindest hier so zu sein. Übrigens habe ich jetzt vier Sterne wieder. Tolle Wurst, ne? Hier sieht man es. Super. Also ich bin wieder aus dem Lappen-Bereich raus. Jetzt bin ich noch im so Halb-Lappen-Bereich. Aber, ähm, ja, ich, also spiele auch nicht auf Schwitz oder so. Ich spiele das tatsächlich relativ casual und bin da auch ganz zufrieden mit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hatte meinen Spaß. Auch wenn jetzt ein paar Runden am Anfang oder die Hälfte vom Stream irgendwie Trios nicht ganz so super spannende Runden waren. Aber ich fand es sehr angenehm. Chat war angenehm. Hat Spaß gemacht. Wir hatten auch gute Diskussionen am Start. Auch nice. Und, ähm, ja, dann hoffe ich, wir sehen uns irgendwie. Ja, vielleicht heute Abend. Vielleicht, äh, erst Donnerstag. Das kann ich euch noch nicht, äh, hundertprozentig sagen. Aber ich hoffe, wir können auch heute Abend ein bisschen irgendwas machen. So, auf Twitch geht's ab zu Ibelkniebel. Ich nutze mir wieder den, der die wenigsten Zuschauer gerade hat. Da könnt ihr da noch ein bisschen lurken. Könnt ihr ein paar Löcher in den Bauch fragen. Und bei YouTube geht's dann jetzt einfach aus. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich überall gerne ein Follow da lassen. Ne, nicht vergessen. Und, ähm, ja, wenn ihr gerne YouTube guckt, ja. Ich habe drei Kanäle, die aktiv Content bekommen. Manche etwas aktiver als andere. Aber, ähm, auf dem Gameplay-Kanal laufen auch die meisten Streams nochmal parallel zu Twitch. In WQHD. Und als VOD dann auch zum Nachträglichen nochmal reingucken. Angenehmer als bei Twitch. Nur so als Tipp. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke, dass ihr dabei wart. Und, äh, der Raid geht los. Und zu YouTube sage ich... Tschüsseldorf. Nee.